Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem. Die Sicherheitsphilosophen mit Florian und Raphael. Das musste ich mir jetzt mal gönnen, diesen Einspieler mit reinzubringen. Und damit herzlich willkommen zu den Sicherheitsphilosophen. Hallo Raphael. Guten Tag Florian. Jetzt hat man zwar unser schönes Intro nicht gehört, weil du da einfach irgendwas mit reingespielt hast, aber okay. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen das Motto dieser Woche gewesen. Auch das Motto der letzten zwei Wochen gewesen irgendwie. Da musst du es jetzt aber nochmal abspielen. Soll ich das nochmal abspielen? Ich spiele das jetzt nochmal ab. Durch das Intro hat man es mich überhaupt nicht gehört. Willi will es wissen mit einem super passenden Kommentar zu den Ereignissen, die gerade irgendwie in Deutschland passieren. Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Ist das dein Problem? Das ist dein Problem. Ja. Probleme haben wir alle. Dein Problem ist es hoffentlich nicht. Manchmal würde ich es mir wünschen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen. Folge 22 sind wir diese Woche sogar schon, nachdem wir in der letzten Woche wirklich einen, nein, nicht in der letzten Woche, sondern in der vorletzten Woche einen sehr, sehr spannenden Gast hier hatten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. gehen wir heute wieder back to the roots und wir versuchen tatsächlich heute auch parallel mal was komplett neues, denn ich werde dieses Ereignis live streamen auf Facebook. So neue Medien und so sollte man ja immer mal wieder ausprobieren. Ähm, die Frage ist nur, funktioniert es oder funktioniert es nicht, aber vielleicht etabliert sich das irgendwann dann mal als Standard für uns. Genau, für alle, die gerade den Streamen, also machst du den Stream mit Kamera? Natürlich. Also für alle, die den Stream gerade gucken, ich winke gerade in die Kamera. Wenn ihr mich nicht seht, dann liegt es technisch an euch, nicht an mir. Du bist der geheimnisvolle Mann im Hintergrund. Genau, ihr müsst, ich bin quasi, ähm, ich bin quasi, wo, wo ist Walter? Äh, ihr müsst mich quasi finden. Was relativ schwer ist, weil ich vor einem Greenscreen sitze und, ähm... Ja, ganz einfach wollen wir es hier auch nicht machen. Okay, ich werde ihn zwischendurch einbauen und ich denke mir, ein, ein, ein wirklich geiles, ähm, ich überlege mir eine Überraschung, versprochen an dieser Stelle, wer mir sagen kann, bei welcher Minute, äh, wo ist Walter getarnt, als Raphael im Hintergrund auftaucht. Der kriegt von uns irgendwas gewonnen. Der kriegt von uns irgendwas gewonnen. Fängt schon wieder super an. Ja, und weißt du, wir haben auch schon wieder die nächste Regel. Ich habe mich diese Woche tatsächlich mit YouTube-Algorithmus ein bisschen beschäftigt und wir haben die wichtigste Regel natürlich wieder mal verpasst, die 8-Sekunden-Regel. Also in den ersten 8 Sekunden das Wichtigste überhaupt mitzuteilen, ähm, was wir auch, ähm, ja, was, damit ihr dranbleibt und, ähm, aber ich glaube, ihr bleibt trotzdem dran. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem irgendwie dran. Ähm, zumindestens haben wir schon mal vier Zuschauer, die live beim Stream dabei sind. Ähm, herzlich willkommen auch in die Richtung. Wir sind fast so gut wie, ach, wen gibt's denn da alles? Knossi? Kein Name Knossi? Knossi? Gurkensohn? Ach, wer weiß. Knossi? Ja, ja, der mit der Krone, der mal mit der Burger King Krone da rumsitzt. Sechs? Ja, ja, ich weiß. Der hört unseren, der hört, der hört uns? Nein, wir haben ungefähr genauso viele Streamer-Zuschauer. Ach so, ich wollte gerade sagen, das ist ja egal. Wer hört denn unseren Podcast? Also, okay. Neue Wege, neue Möglichkeiten, jetzt sind wir eben live. Ähm, wir haben spannende Themen wieder mitgebracht. Es ist unglaublich viel passiert in dieser Welt. Ähm, der Catcher, es ist unglaublich viel passiert. Lasst uns die Welt retten. Wobei man dazu sagen muss, durch unseren Sonder-Podcasts sind ja jetzt quasi vier Wochen, wo wir keinen regulären Podcast gemacht haben. Ähm, insofern, ja, haben wir eine ganze Menge zu tun. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich mit unseren Quickie-Themen. Und ich würde einfach sagen, Raphael, let's go. Du darfst anfangen. Ich fange an. Okay, warte mal, ich muss hier so. Zeit läuft. Ähm, ja, das erste Thema, das ich mitgebracht habe, viele können sich bestimmt noch daran erinnern, auch wenn das inzwischen fast schon wieder zwei Monate zurückliegt, ähm, an den, äh, an den Tod von, äh, George Floyd, der in Amerika aufgrund einer Teilkontrolle, nenne ich es jetzt mal, ähm, gestorben ist. Da gibt es, gab es ja gerade in Amerika unglaublich viel, ähm, ja, viele Nachrichten zu. Ähm, es gab ja extra Demonstration, oder nicht extra, sondern es gab aufgrund dessen ja auch wieder, ähm, Diskussionen um Polizei, ähm, Gewalt, um Diskriminierung, Rassismus. Ähm, und ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Flo hatte gerade eben schon gesagt, er hatte das gar nicht so mitgeschnitten. Kurz darauf, knapp zwei Wochen später, gab es den nächsten ähnlichen Fall, wo, äh, Reichard Brooks ebenfalls, ähm, getötet wurde. Und zwar in Atlanta. Der, ähm, Mann war in einer, äh, Autoschlange, äh, an einem Fast-Food-Drive-In eingeschlafen. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Das Abstruse an dem Fall ist, ähm, es ist von Kamera, von Polizeikameras aufgezeichnet worden. Und, ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diesen Artikel mir rausgesucht habe, ähm, wurde die Kontrolle mit Brooks, ähm, komplett durchgeführt. Also er hat sich bis zu diesem, also er hat sich da den großen Teil nicht gewehrt, hat seine Daten rausgegeben. Alles war friedlich. Ähm, und zumindest zum Zeitpunkt meines Artikels, ich weiß nicht, ob das jetzt schon, ähm, ob das jetzt schon weiter ist, ähm, sollte er festgenommen werden. Es sollten ihm Handschellen angelegt werden. Und das war der Zeitpunkt, an dem er angefangen hat, sich zu wehren. Ähm, das traurige Ende der ganzen Geschichte ist, äh, er griff dann nach einem Taser von einem der Polizisten, mit denen er da, ähm, im Clinch war. Ähm, und flüchtete oder versuchte zu flüchten. Und die Polizei oder eine der Polizisten hat, ähm, Brooks dann durch zwei Schüsse in den Rücken getötet. Und hat die ganzen Proteste, Demonstrationen, Ausschreitungen in Amerika nochmal ein bisschen angeheizt. Um, darum geht es mir im, äh, Speziellen gar nicht, sondern ich habe darüber, ähm, auf Spiegel gelesen. Ähm, und ich klicke ab und zu mal in die Kommentare, weil ich mir die ganz gerne angucke und lese, was so die Meinung ist, die sich verschiedene Leute darunter bilden. Manchmal sind da ganz geistreiche Kommentare, manchmal sind da halt auch keine geistreichen Kommentare. Ähm, und da war unter anderem einer der, ähm, der Kommentare, den Afroamerikanern muss erklärt werden, wie man sich im Umgang mit Polizei verhält. Gut. Wenn verhaftet werden, äh, wenn verhaftet werden soll, darf man sich nicht gewaltsam befreien, keinen Elektroschraub gar vom Polizisten klauen und schon gar nicht damit auf Polizisten schießen. Im Gegenzug hätte es auch gereicht, wenn die Polizisten auf die Beine gezielt hätten. Mal wieder so ein typischer Beineziel-Kommentar. Worum es mir aber eher geht, ist diese Sache von Afroamerikanern muss erklärt werden, wie man sich im Umgang mit der Polizei verhält. Fand ich irgendwie, kann ich sagen, komisch. Weil warum, warum muss man das Afroamerikanern erklären und Weißen nicht? Zumal gerade in Amerika man ja oft diese Diskussion hat, dass die Polizisten gegenüber Weißen sich anders verhalten als gegenüber Schwarzen. Insofern, äh, finde ich das sehr, äh, komisch. Ähm, ein anderer Kommentar, den nicht interessant war, war, die eigentliche Frage sollte sein, warum muss ich, muss ich einem Täter nacheilen, der einen funktionstüchtigen Taser führt? Warum nicht kurzer Rückzug sammeln, Unterstützung rufen, Täter auf Distanz verfolgen, aber vorher halt erstmal Distanz schaffen? Für mich hat der Getötete erstmal viel falsch gemacht und sich kriminell verhalten, aber die Situation wäre möglicherweise anders lösbar gewesen. Aber wenn, aber man war ja auch nicht dabei. Letzter, letzter Satz finde ich ja auch relativ wichtig, ne, man war nicht dabei und danach, wir kennen die Diskussion vom Neptunbrunnen noch, man kann so viel dazu sagen, auch dieses, man hätte ja auf die Beine schießen können und auf die Arme und pipapo. Ähm, wobei ich das hier auch so sehe, der, in meinen Augen die taktische Variante oder die taktisch richtige Variante wäre gewesen, wie er schreibt, Rückzug sammeln, Unterstützung rufen, Täter auf Distanz verfolgen. Ähm, ich weiß natürlich auch nicht, was da vorgefallen ist, ich habe nicht nachrecherchiert, wie das da, ähm, was da jetzt genau war, in Form von, ähm, warum gab es plötzlich dieses Handgemenge, etc. Ähm, aber es ist trotzdem in meinen Augen schon, ja, sehr verstörend, dass es so schnell hintereinander passiert ist und dann, wie gesagt, einige Kommentare, weiß ich nicht, sind in meinen Augen auch falsch. Meinst du, ähm, es ist, äh, so schnell hintereinander passiert oder haben wir jetzt einfach nur die Sensibilität, dass dort was festgestellt wird? Na, dann lass es mich anders ausdrücken, dass so schnell hintereinander zwei ähnliche Fälle publik geworden sind. Also, ob das Problem da deutlich häufiger besteht, weiß ich nicht. Ich lebe nicht in Amerika, meine Informationsquellen dazu sind relativ gering, deswegen will ich mir das nicht herausnehmen zu sagen, wir haben das quasi jeden Tag, auch wenn ich nur, weiß ich nicht, drei Zeitungen habe, die aus Amerika berichten. Ne, das ist ja ein Unterschied, als wenn, äh, ich in Amerika lebe, wo alle meine Nachrichten quasi über sowas berichten würden. Das, ich weiß nicht, ob dir das, mir ist das aufgefallen, als ich jetzt in Krefeld gelebt habe, dass du, wenn du in NRW lebst, du teilweise nicht die gleichen Nachrichten hast wie in Berlin, also gerade so regionale Nachrichten, ähm, dass du dann, ähm, ich sag mal, andere Nachrichten bekommst, als wenn du zum Beispiel in Berlin lebst. Nicht, weil, weil die Berliner schlauer sind, sondern einfach, weil regional offensichtlich andere Nachrichten teilweise geschaltet werden. Also, da sind teilweise Sachen bekannt gegeben worden in NRW, die hier in Berlin offensichtlich keinen interessiert hat. Ich denke mal, das ist, Länderebene wird das genauso sein, wenn das schon Bundeslandebene schon so ist. Okay, ja, 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 Entschuldigung, ich war, ich war, ich dachte, da kommt noch ein kleiner Nachsatz. Nee, okay, verstehe ich, verstehe ich. Ja, und da, wie gesagt, einige, einige Kommentare haben mich da gewundert. Ganz besonders halt dieses, den Afroamerikanern muss erklärt werden, wie man sich im Umgang mit der Polizei verhält. Ja, das ist, ähm. Einen kann man mit Sicherheit nicht. Ich denke, das ist ein grundsätzliches, äh, amerikanisches Problem, dass man da sehr schnell, ähm, in einer relativ aggressiven Grundstimmung ist. Und hat das, wie sie es vielleicht hier in Deutschland bisher, ähm, noch machen oder vermeintlich machen, ähm, dass man da versucht, eher deeskalierend zu wirken, wie wir es zum Beispiel auch in der Sicherheit machen. Ja. Wir können uns auf keine Waffe oder auf ein körperliches Hilfsmittel zurückziehen. Bleibt halt nicht viel außer der Sprache und im schlimmsten Fall dann die Fäuste, ähm, daher, ja, finde ich so einen Satz sehr unpassend in so einem, ja, in so einer Situation. Das war der Erste. Das war der Erste. Ja, jetzt ist natürlich, das ist ein ganz schwieriges Thema. Wir haben ja in der letzten Folge ja auch darüber schon mal gesprochen, ähm, dass das wirklich, wirklich schwierig ist. Ja, wie komme ich denn dazu zurück nach Berlin? Hm, und zu meinen Themen. Naja, ich versuch's mal. Ähm, nein, ich kann's gar nicht versuchen. Harter Übergang. Berliner Verkehrsbetriebe sollen Maskenpflicht umsetzen. Das war irgendwie diese Woche das Thema überhaupt, ähm, was uns in irgendeiner Art und Weise hier in Berlin beschäftigt hat. Und zwar, ähm, einfacher, simpler Hintergrund. Ich habe ja Verwaltungsrecht. Das Verwaltungsrecht wirkt ja ein auf, ähm, entweder auf Behörden oder auf einzelne Personen. Und, ähm, nicht über diese einzelnen Personen an Dritte. Das kann man sich ja so ein bisschen vorstellen wie ein Verkehrsrecht, ähm, wenn der, der, der öffentliche, der Gesetzgeber sagt, du, Raphael, du darfst nicht bei Rot über die Ampel gucken, dann fahren, dann gilt das halt explizit für dich. Das gilt vielleicht auch dem Polizisten, der dich dann anhalten und kontrollieren darfst, ähm, darf, wenn du tatsächlich dann bei Rot gefahren bist. Aber er kann dich ja nicht zwingen, dieses Recht gegenüber deiner Freundin, deiner Frau oder ähnliches umzusetzen. So, und Berlin hat jetzt ein Problem, dass natürlich zu, nach den wirklich hohen, nach der wirklich hohen Resonanz, es gibt so Zahlen, die immer wieder im Raum stehen, so zwischen 85 Prozent zur Einführung der Maskenpflicht im ÖPNV, diese Resonanz relativ schnell auch wieder, ja, zurückgegangen ist. Ich weiß nicht, wie du es erlebst. Ich erlebe das morgens. Kommt so ein bisschen auf den Wochentag an, kommt so ein bisschen auch auf die Zeit drauf an, wann man fährt im ÖPNV. Genau, aber ich merke schon, dass es dort ziemliche Unwuchten sind zwischen den Themen, ja, trage ich eine Maske oder nicht? Und dann natürlich nochmal die Frage, wenn ich die Maske am Kind trage, vielleicht den Mund bedecke, die Nase frei ist, wie viel Sinn das macht? Ja, und dann war die große Frage, naja, wie kriegen wir denn diese Maskenpflicht überhaupt kontrolliert? So, die Bundespolizei hat sich relativ schnell rausgezogen und hat gesagt, ja, Moment mal, die Eindämmungsverordnung, in denen diese Maskenpflicht ja verankert sind, sind Landesrecht. Wir als Bundespolizei sind gar nicht dafür verantwortlich, Landesrecht überhaupt umzusetzen. Ja, Moment, 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 jetzt muss ich aber kurz mal einsteigen. Seit wann ist denn die Bundespolizei für die BVG zuständig? Nee, 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 ich wollte ein bisschen herleiten, sodass zu dieser ganzen Thematik Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin, S-Bahn Frankfurt, also überall da, wo Deutsche Bahn fährt, diese Maskenpflicht nicht umgesetzt beziehungsweise kontrolliert wird. Bei der BVG ist das ein bisschen anders. BVG ist, wie alle anderen städtischen Verkehrsbetriebe, keine Eisenbahn des Bundes und somit im Zuständigkeitsbereich der Landespolizei. So, und die Landespolizei hat hier in Berlin auch schon gestöhnt, was sie denn noch alles machen sollen. Ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen zu der Frage, was sollen sie denn noch alles machen zu den anderen Themen. Ich meine, wir haben ja auch außerhalb von Corona eine Demonstrationslage, wir haben andere Themen. Also, wie dem auch sei, hat die Landespolizei ein Problem. Und dann kam ein sehr, sehr kluger Mann oder eine kluge Regierung hier in Berlin auf die Idee, naja, lasst doch die Maskenpflicht von der BVG umsetzen. Gesagt, getan, groß angekündigt tatsächlich vor zwei Tagen zum Wochenende hin und dann mit dem Beginn Montag sollte es dann tatsächlich umgesetzt werden. Die BVG hat sich auch offensichtlich positiv dazu geäußert und sollte die Maskenpflicht kontrollieren. Ja, was kam raus? Gestern kam raus, nicht von wegen, wir machen hier irgendwie eine Gesetzesänderung und wir geben der BVG als Anstalt des öffentlichen Rechtes, also Teil, möglicherweise oder in einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes sogar, die Möglichkeit hier tätig zu werden, sondern die BVG hat es ganz simpel gemacht und hat das in ihre Hausordnung reingeschrieben mit einem ganz, ganz schlanken Satz und die Maskenpflicht auf eine Ebene gestellt mit der Thematik wie Vögelfüttern sind im Bahnhof verboten und rauchen sollte man nicht tun und solche und wird dann zukünftig nicht ein Ordnungsgeld erheben in Höhe von 50 Euro, sondern nur eine Vertragsstrafe. Ob die Vertragsstrafe ans Land geht, ich meine letztendlich die BVG ist Landesbetrieb, irgendwie kommt das alles tatsächlich dann auch wieder zurück. Aber das fand ich ganz interessant, vor allem weil die BVG auch angekündigt hat und gesagt hat, naja, wir werden 200 Sicherheitskräfte dazu einsetzen, wo natürlich relativ schnell die Frage kam, naja, wo kommen denn diese Menschen her, also diese 500 Sicherheitskräfte und, äh 200, Entschuldigung, 200 Sicherheitskräfte, 500 wäre ja ein bisschen viel und ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ganz, ganz spannende Thematik, alles, wenn man das alles nochmal so ein bisschen betrachtet unter dem Hintergrund oder vor dem Hintergrund, eigentlich, dass es auch darum geht zu sagen, naja, der ÖPNV ist ja schon im VBG Security Report für 2019 oder 2019 für 2018, der ÖPNV ist Platz 3 der Übergriffe oder der Bereich mit den häufigsten Unfällen, Arbeitsunfällen, wozu auch Körperverletzung und Konfrontation zählen. Und ich mir dann überlege, naja, wenn man sich so ein bisschen die Medienlage dazu anschaut, dass Maskenverweigerer ja nicht wirklich diejenigen sind, die Angst haben, dass ihre Schminke irgendwie verwischt und dass die vielleicht wirklich ihre Schminke vergessen haben zu Hause, äh, ihre Schminke, ihre Maske zu Hause vergessen haben, dann haben wir, glaube ich, einen ganz, ganz großen Teil, wenn ich die Hygiene-Demos mal in Anführungsstrichen der letzten Wochen mir anschaue, dass ich da Verschwörungstheoretiker, dass ich Rechte habe, dass ich da irgendwelche, äh, stark aggressiven Personen habe und dann, glaube ich, dass das steigt, das Konfrontationspotenzial in einem erheblichen Maße, sodass sich die BVG und ihre Sicherheitskräfte dort keinen Gefallenteil haben, um, ähm, ja, diese Aufgabe auch noch zusätzlich zu kontrollieren. Ich glaube, das wird nur die Zukunft zeigen, aber ich bin da wirklich, wirklich mal gespannt, was da kommt. Ich muss ehrlich zugeben, dass, ähm, mit den heutigen, den heutigen Regelungen für Sicherheitsdienste, oder grundsätzlich ich mit den Regelungen für Sicherheitsdienste, ich die BVG nicht in der Aufgabe sehe, das zu kontrollieren, weil, wie die Bundespolizei es im Endeffekt relativ schlau gesagt hat, ähm, das ist eine Landesverordnung, da hat die Bundespolizei überhaupt nicht, überhaupt gar keinen Einfluss drauf, beziehungsweise keine, keine Handhabe dran, sehe ich das ähnlich, ähm, auch wenn es dann um das Thema BVG geht, dass es immer noch eine Landesverordnung und die Umsetzung einer Landesverordnung oder auch die Ahnung einer Landesverordnung obliegt mit Sicherheit nicht, ähm, einer von mir aus auch noch öffentlichen Institution wie der BVG, die, glaube ich, ja teilprivatisiert ist, beziehungsweise, ähm, irgendwie noch Anteile von, äh, der, äh, äh, von Berlin hat, vom Bundesland Berlin hat, ähm, sehe ich trotzdem nicht in der Aufgabe der BVG, das zu kontrollieren, sondern die Eindämmungsverordnung oder Infektionsschutzverordnung, wie auch immer sie heißt, als Landesrecht sehe ich auch in der Kontroll- und Zuständigkeit, ähm, der Polizei Berlin. Das mag jetzt zwar für die Polizei Berlin scheiße klingen, weil die natürlich zu Recht sagen, was sollen wir noch alles machen? Keine Frage, die haben auch nicht genug Personal, um das überhaupt zu machen oder überhaupt zu stemmen, aber ich finde es falsch, hier anzufangen mit, ja, na, das kann doch die, äh, die BVG machen und dann mit so einem Schnapp anzukommen, wie wir netzen, wir packen das einfach in die Nutzungsbedingungen und dann ist das ja quasi Pflicht für alle und das ist eine Vertragsverletzung. Das hat überhaupt nicht den gleichen Charakter wie, äh, ein Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung an sich, was in meinen Augen, ähm, eine deutlich höhere Brisanz hat. Als ich verstoße gegen die Nutzung, habe ein Vertrags, ähm, Bruch damit begangen. Von daher, also ich bin da kein Freund von. Normalerweise spreche ich, wie ja bestimmt alle wissen, gerne für die Polizei, aber in dem Fall, dass, ich sehe das nicht bei der BVG. Also ich sehe das ganz klar bei der Polizei eigentlich, auch wenn sie nicht die Kapazitäten dafür haben. Ja, ja. Also muss man einfach mal so ganz klar sagen. Aber vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit gewesen, ähm, nochmal der Politik klarzumachen, dass wir zu wenig Polizisten haben. Aber gut, sie haben es anders gelöst. Genau. Gut. Kommen wir zu einem nächsten Thema. Warte mal, dann schiebe ich das andere Thema erstmal vor, ähm, wenn wir schon bei Corona sind. Und zwar gab es eine, ähm, bezirksübergreifende, ähm, ja, waren da am 23.06. rund 250 Einsatzkräfte der Berliner Polizei zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft, ähm, Berlin unterwegs und haben, äh, Subventionsbetrüger, beziehungsweise, ja, doch Subventionsbetrüger, ähm, in Zusammenhang mit der Beantragung von Corona-Hilfen, ähm, ja, aufgesucht, besucht und mal nachgefragt, ob das alles so wirklich in Ordnung ist. Dabei sind, ähm, drei Wohnobjekte, ein Buchhaltungsbüro und eine Moschee, ähm, durchsucht worden. Tatfertig sind ein 50- und ein 56-Jähriger, ähm, sogar aus der islamistischen Szene, schreibt die Polizei hier, ähm, und man geht davon aus, dass hier betrügerisch Soforthilfe für Corona beantragt wurde. Im einen Fall soll es sich, ähm, um Hilfen in Höhe von 9.000 Euro gehandelt haben, ähm, beantragt und wohl auch ausgezahlt wurden. Ähm, und diese sind dann quasi auf das Privatkonto von diesen kleinen Kollegen da, ähm, gezahlt worden. Ähm, in den zweiten Fall geht es um rund 14.000 Euro, die beantragt wurden, ähm, und, äh, da geht es sogar darum, dass davon ausgegangen wird, oder dass verdächtigt wird, dass dieser Verein, der da diese 14.000 Euro beantragt hat, sogar mehrfach Corona-Hilfen beantragt hat. Also nicht nur einmal, sondern unter welchen Alibis auch immer noch gleich mehrfach hinterher. Ähm, und dabei sind sogar, ähm, Corona-Hilfen an tatsächlich nicht existierende Einzelunternehmen in diesem Zusammenhang in Höhe von 19.000 Euro ausgezahlt worden sein, ähm, wobei 10.000 wohl an die Beschuldigten ausgezahlt wurden. Jetzt unabhängig vom Hintergrund, äh, dieser Person, finde ich, ist echt bedauerlich, oder bedauerlich trifft es nicht, aber sehr enttäuschend, dass die Menschheit inzwischen so drauf ist, dass, wenn man irgendwem helfen will, ähm, oder jemandem einen kleinen Finger hinhält, einem die ganze Hand abgerissen wird und es immer irgendwelche Idioten gibt, die der Meinung sind, das ausnutzen zu müssen. Weil, weiß ich nicht, als ich Corona-Hilfen das erste Mal gehört habe, ging mir als erstes durch den Kopf, ja, wie viele kommen denn jetzt auf die Idee, da betrügerische Maschen, ähm, nach sich zu ziehen. So schöner finde ich es, dass das hier jetzt relativ fix, ähm, also Juni im Vergleich, ich weiß nicht, wann konnte man beantragen, ich gehe mal von April, Mai aus, dass man da jetzt so schnell hinterher ist, um das, ähm, quasi, ja, aufzuklären. Ähm, die Ermittlungen dauern aktuell noch an, nach diesem, der Polizeimeldung, von daher ist jetzt nicht bekannt, was, was genau damit auf sich hat, beziehungsweise wie das, wie das ausgeht, das wird wahrscheinlich noch einen Moment dauern, aber ich finde es ganz gut, dass man da den ersten Schlag quasi getan hat. Oh, mein Mikro war nicht an. So, ja, ich glaube, da wird uns eine ganze Menge noch erwarten, ähm, einfach auch, glaube ich, hinsichtlich dieser ganzen Thematik, was wir uns ja mit grundsätzlich ja schon beschäftigt haben, nämlich der Fragestellung auch, naja, was ist mit den Anforderungen des BDSW, was ist mit den Anforderungen der, der anderen Aspekte. Ich werde euch mal an dieser Stelle nochmal die Folge verlinken, wo wir das, das letzte Mal drüber gesprochen haben und zwar einfach die, die, die Reduzierung der Anforderungen, wir erleben ja gerade so eine Situation meines Erachtens, wie wir sie in der Flüchtlingskrise 2015 und davor und danach mit erlebt haben, dass jeder irgendwie auf diesen Zug aufspringt und ich glaube auch in der Sicherheitsbranche haben wir genau diesen Zug, auf den jetzt aufgesprungen wird, durch, äh, unqualifiziertes Personal, durch, ähm, die so staatlichen Unterstützung, wobei, wenn wir mal ehrlich sind und uns da die Zahlen angucken, ähm, dann ist es in Deutschland richtig, richtig gut gegangen. Also ich möchte da nur mal dran erinnern an dieser Stelle, wir haben trotz Corona und der BDSW hat ja an dieser Stelle immer wieder argumentiert, dass es uns so furchtbar schlecht geht in allen Punkten. Wir haben trotz Corona einen, einen fortgesetzten Umsatz, eine fortgesetzte Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorquartal 2019 von 1,6 Prozent und nur 3,5 Prozent aller Wach- und Sicherheitsunternehmen, ähm, haben überhaupt, äh, staatliche Hilfen benötigt. Also von daher muss ich an dieser Stelle wirklich sagen, ganz ehrlich, ja, ich glaube, da ist, da ist viel Betrugspotenzial möglich. Genau, du hattest das ja auch auf deiner Seite auf Facebook, ähm, unter anderem auch gepostet, dass man in Nordrhein-Westfalen, ähm, prüft, ob es einen Betrug an Kurzarbeitergeld gibt und, ähm, da hattest du ja sogar mit dazu geschrieben, dass, ähm, es aktuell einen Fall gibt, äh, aus dem Sicherheitsgewerbe, wo das geprüft wird, ähm, auch wenn ihn Zahlen oder... Übrigens auch im Zusammenhang mit, äh, Asylbewerberheimbewachung, ne, also da ist ja nochmal... Ja, ja, genau. Also quasi doppelt, dass du zum einen den Staat bescheißt und dann auch noch für den Staat arbeitest, ähm, auch wenn die Summen jetzt vielleicht nicht die höchsten sein wollen, ne, also was ich jetzt gesagt hatte mit, ähm, was waren's, 9.000 Euro, 14.000 Euro, 19.000 Euro, das ist ja in der Summe noch nicht so viel, also da können wir uns definitiv andere Baustellen, ähm, beim Staat angucken, die teurer sind und die es ebenso verdient hätten, dass man sie verhindert. Nichtsdestotrotz finde ich es halt jedes Mal schlimm, wenn, ähm, man hier nicht die fünf gerade sein lassen kann in Form von, äh, dass quasi du überall sofort von Betrug ausgehen musst, was ja hier auch mehr oder weniger berechtigt war und dass die Leute heutzutage offensichtlich, zumindest ist mein Eindruck, überall, wo sie nur können, ähm, versuchen zu bescheißen oder zu betrügen, halt, weiß ich nicht, also unabhängig von der Sicherheitsbranche jetzt, auch wenn es da offensichtlich einen Fall gibt, der geprüft werden muss, ähm, finde ich das irgendwie totaler Kanone. Ja, ein Fall, der bekannt ist, ne, also ich kann gar nicht wissen, was, was da noch so alles im Hintergrund gelaufen ist. Genau, aber es ist vor allen Dingen auch einfach in meinen Augen ein gewisser Spiegel der, der Gesellschaftssituation bei uns, ne, also es gilt nicht für alle, keine Frage, es gibt auch mit Sicherheit sehr viele, oder es gibt überwiegend rechtschaffende Leute, aber trotzdem, dass du, wenn es halt um Hilfen geht für Leute, die ein existenzielles Problem haben, dass es dann halt immer noch irgendwelche, ähm, ja, mir fällt kein freundliches Wort für diese Person ein. Vollidioten. Warte, ich hab da, ich hab da was für die Leute, die, äh, äh. Fällt dir das schwer, so zu überlegen mit deinem Kopf? Ja. Weil die überlegen, ich meine, das ist ja letztendlich auch unser Steuergeld, das dort verbraten wird. Ja, aber die Sache ist, es ist ja nicht mal so, dass sie nicht denken, sondern ganz im Gegenteil, sondern sie machen sich das ja bewusst, also sie denken ja darüber nach, dass sie damit Geld kassieren können, dass ihnen gar nicht zusteht. Insofern haben sie ja nicht mal das Problem zu denken, sondern sie nutzen das Denken, ja, aber mit krimineller Machenschaft oder krimineller Energie im Hintergrund und das ist, weiß ich nicht, also dazu fallen mir keine netten Worte ein und ich finde das halt, ähm, sehr beschämend, auch so gesamtgesellschaftlich, dass das offensichtlich so akzeptiert ist. Davon gibt's ja mehrere Fälle, auch in andere Richtungen, aber jetzt auch gerade hier Corona-Hilfen mit Existenz, also mit Existenz, äh, Sorgen etc. Und dann, klar. Du darfst ja nicht vergessen, dass letztendlich, glaube ich, auch bei diesen Corona-Hilfen, das ist, gab einen, einen Topf und ein Budget. So, das heißt im Umkehrschluss auch, dass wenn dieser Topf, auch wenn es nur in Anführungsstrichen neun oder ein bisschen über 10.000 Euro sind, ähm, der da rausgenommen wird, das sind dann wieder neun oder 10.000 Euro, die letztendlich, äh, jemand anders nicht damit geholfen werden kann und der dann wirklich an seiner Existenz nagt, ne? Ich weiß jetzt nur gar nicht, ob der, ob das, äh, Budget für, für die Corona-Soforthilfen, ob das gedeckelt war, da bin ich mir nicht ganz sicher, oder ob das quasi mehr oder weniger nach oben hin offen war. Das, da bin ich mir nicht, nicht mehr ganz sicher, da hab ich unterschiedliche, ähm, Informationen im Kopf, wo man, wovon ich nicht sicher bin, welche Direktiven sind. Ich glaube, das war auch Landessache teilweise, ne? Das kann, das kann gut sein, dass es einen Topf von den, von der Bundesregierung oder vom Bund gab und dann aber auch nochmal entsprechende Töpfe in den einzelnen Ländern, das kann gut sein. Ja gut, das quasi dazu, ähm. Ja, ich hab, ich hab auch was Spannendes mitgebracht, wer wir gerade bei Corona sind, würde ich dieses Thema eigentlich gerade mal ansprechen. Und zwar gab es eine britische Studie, ähm, die, mit dem Titel, why is the death rate of security officers comparatively high, thinking about the reasons, ähm, aus dem Juni 2020, also fast noch druckfrisch, ganz aktuell. Und die haben festgestellt, dass in Großbritannien, und das muss an dieser Stelle betont werden, bevor jetzt hier irgendjemand sagt und denkt, naja, in Deutschland ist das genauso. Nein, in Großbritannien, ich hab mal tatsächlich für einen, ähm, Artikel, den ich gerade geschrieben habe, ich hab mal für eine englische Fachzeitschrift geguckt, ob wir in Deutschland irgendwelche Zahlen haben, die liegen tatsächlich gerade nicht vor, beziehungsweise das Wach- und Sicherheitsgewerbe wird dort nicht genannt. Aber in Großbritannien gibt es eine Todesrate von 57,5 Personen auf 100.000 Menschen. Ähm, und das ist tatsächlich, äh, extrem, extrem hoch, ähm, weil, ähm, ja, also im, 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 im britischen Vergleich und man versucht, diese Studie versucht, da tatsächlich berufsspezifisch ein paar Herleitungen zu treffen und sagt, naja, gut, Sicherheitspersonal steht in vorderster Front, äh, Frontline, äh, Guards, die sind auch in ihrer Tätigkeit damit, ja, betroffen, dass sie praktisch auf die Leute einwirken müssen, also ganz, äh, äh, ähm, Kontakt zwischen den Personen existiert und haben letztendlich auch während Corona ihren Dienst eins zu eins in dieser Art und Weise durch- und weiterführen müssen, als wie oder wie es letztendlich zuvor war. Ähm, das ist natürlich die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, wer so ein bisschen in die Vergangenheit zurückkommt und Boris Johnson sich da noch vor Augen führt, der ja gesagt hat, Großbritannien geht dort einen anderen Weg, nämlich dem Weg, dass sie eine Durchseuchung versuchen und damit eine Herdenimmunität erreichen, dann muss man natürlich auch sagen, im Gegensatz dazu, dass Deutschland ja relativ früh in den Lockdown gegangen ist und da tatsächlich, ähm, auch ein Großteil der Personen ins Homeoffice verbracht hat, ähm, ist das Leben in Großbritannien weitergegangen und deshalb ist diese Zahl tatsächlich nicht überraschend, aber für all diejenigen, die uns draußen zuhören und auch nochmal sagen, naja, also das ist doch alles, alles nur, ich brauche, muss keine Maske tragen und warum denn kein, kein, kein Homeoffice mehr, das ist alles nicht notwendig und ich will meine Freunde wieder treffen. Da hat man neben Schweden übrigens, was lange, lange ja als Vorbild galt für diese ganze Thematik, dass es auch anders geht, sieht man einfach in den Zahlen, Leute, das ist ein Beispiel, so hätte es auch in Deutschland gehen können, wenn wir diese Maßnahmen nicht ergriffen haben und mit denjenigen, die irgendwie diskutieren und dann auf die, mit Argumenten kommen wie, äh, naja, Bill Gates hat ja das alles, äh, verursacht und will uns schippen und ich, ich lasse mich nicht impfen und sowas, mit dem diskutiere ich an dieser Stelle sowieso auch gar nicht mehr. Aber für all diejenigen, die noch ein klein bisschen, denen das Denken nicht so schwer fällt, sondern ein klein bisschen noch, ähm, versuchen rechts und links zu gucken, den verlinke ich auch nochmal, diese Studie unter den Podcasts und dann kann man das nochmal nachlesen, das ist wirklich, wirklich spannend und zeigt, wie es auch anders hätte gehen können in Deutschland. Da bin ich total platt. Ähm, tatsächlich habe ich gestern, ähm, noch ein Video gesehen auf YouTube von. Sowieso die beste Quelle YouTube immer. Das, das nicht unbedingt, also das würde ich jetzt nicht unterschreiben, ähm, aber ich habe gestern mir noch ein Video angeguckt von Simplicissimus, die sind, äh, arbeiten mit, ich glaube, den, den, äh, öffentlich-rechtlichen zusammen, mit ZDF, glaube ich. Die haben ein Video darüber, äh, Covid-Patient 31 gemacht. Das war quasi der ausschlaggebende oder die ausschlaggebende Patientin, ähm, in Südkorea. Ähm, und die haben aufgearbeitet und auch visuell, ähm, mal aufgearbeitet und aufbereitet, was Südkorea unternommen hat, um, ähm, um quasi die, die, äh, den Coronavirus oder die Ausbreitung nach Möglichkeit so schnell wie möglich wieder, wieder einzufangen. Das war ganz informativ. Also die machen ganz interessante Videos. Jetzt kann man sich drüber streiten, ob das die einzige Informationsquelle sein sollte, aber ich finde so, im Grundsatz ist es, äh, gut aufbereitet und hinterlegen das auch mal mit Quellen. Also die kann man sich dann unten mal angucken in der Infobox, beziehungsweise werden auch mit eingeblendet. Ähm, fand ich ganz interessant, wie sie das, also was Südkorea jetzt ganz speziell da unternommen hat, um das, ähm, irgendwie, ja, nicht loszuwerden, aber zumindest schnellstmöglich wieder einzudämmen. Wobei man ja dazu sagen muss, dass Südkorea ja auch, ich sag mal, was Datenschutzrecht ging und Auswertung von Video- und Metadaten aus den Handyverkehren und ähnlichen, ja, ich sag mal, ein klein bisschen andere Vorstellung, datenschutzrechtliche Vorstellung hat, als, als wir es vielleicht haben an dieser Stelle. Oh, ja, klar. Also das wird im, das wird ja in dem Video wird das ja auch dargestellt, dass sie ja viel über, äh, Video, also sie haben Covid-Patient 31, als klar war, dass er, ähm, dass er positiv getestet ist, ähm, noch um so viel Spoiler zu geben, haben die innerhalb von kürzester Zeit, ich glaub, fast 4000 Leute identifiziert, die mit dieser Person in Kontakt stand, über Videoaufzeichnung, über Handyverfolgung, ich glaub, Social-Media-Verfolgung haben sie auch gemacht, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, um das zu backtracken, was, äh, mit wem man Kontakt hatte und haben darüber Leute quasi zusammenbekommen. Da kann man sich jetzt natürlich wieder drüber streiten und unsere Hysteriker werden da auch gleich wieder aufschreiben, äh, Datenschutz, es geht keinem was an und Freiheit, ähm, bin ich auch komplett bei, ist richtig, wobei man sich halt die Frage stellen muss, ähm, ob das jetzt hier nicht eine Ausnahme war, also wenn man das jetzt auf Deutschland runterbrechen würde und sagen würde, klar, wir müssen an Datenschutz festhalten, aber wenn wir mit solchen Möglichkeiten grundsätzlich, ähm, die Option hätten, äh, solche, solche, äh, ja, Fälle schneller in den Griff zu bekommen, ähm, ob das dann nicht gerechtfertigt wäre, um einfach einen größeren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden, aber das ist, ja, wieder so eine endlos ethische, moralische Diskussion neben den ganzen rechtlichen Aspekten. Apropos, dazu habe ich gleich noch eine interessante Story, die ich noch erzählen muss, erinnere mich gleich mal dran. Okay, dann, ähm, möchtest du dein letztes Thema mitnehmen? Genau, und zwar jetzt mal was anderes ab von Corona, auch wenn wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, die Polizei Berlin hat in der Woche vom 22.06. beziehungsweise ich glaube auch in der Woche davor, ähm, Berliner Verkehrssicherheitstage abgehalten. Das macht die Polizei hin und wieder mal, dass sie eine Woche, ähm, bestimmte Schwerpunkte besonders, ähm, mit hohem Kräfteeinsatz sich anschaut und, ich sag mal, ahndet, Entschuldigung, äh, ahndet. Und dieses Mal war Verkehrssicherheit, also Verkehrsüberwachung, ähm, Stadtgebiet, ähm, Arbeit oder einer Tagesordnung. Und dabei sind, ja, im Endeffekt alle möglichen Sachen kontrolliert worden. Ähm, und die Polizei hat hier in einer Polizeimeldung, ähm, mal eine Aufstellung gemacht. Ähm, wir können daraus ein kleines Quiz machen. Äh, was meinst du, wie viele Personen, äh, unter Alkohol- und Drogenentfluss durch die Polizei festgestellt wurden? Ich sag mal eine Zahl, am besten entmütest du dafür wieder dein Mikrofon. Wie viele Tage, Entschuldigung, erzähl mal noch was zu den, zu den Rahmenbedingungen. Wie viele Tage? Äh, hier geht es vom 19. bis, äh, vom 15. bis zum 19. Juni. 15, 16, 17, 18, 19, also fünf Tage. Genau, und insgesamt wurden in fünf Tagen, äh, waren rund 1.700 Dienstkräfte im Einsatz an 424 stationären und mobilen Kontrollenständen. Insgesamt wurden, unabhängig von dem, was festgestellt wurde, 6.460 Fahrzeugführende kontrolliert. 1.460. So, und jetzt die Frage, wie viele Personen sind durch Alkohol- oder Drogeneinfluss, ähm, aufgefallen? Ich sag mal, ich bin bei sowas voll schlecht, deshalb sag ich mal einfach die erste Zahl, die mir in den Kopf fällt, kommt 1.700. Das ist ein bisschen übertrieben. Also insgesamt wurden, äh, rund 30 Personen, also 29 Personen festgestellt, 13 davon, äh, alkoholisiert. Dann rate mal den Höchstwert, den sie festgestellt haben bei einem Fahrzeugführenden, wie sie hier so schön sagen. Ich muss dazu sagen, ich komme ja aus dem Bahnbereich und hab die ersten Male, als ich da Kandidaten hatte, die mit 3,5 oder 4,25 Promille von der Bundespolizei festgenommen wurden, äh, hab ich genauso reagiert wie du gerade. Ähm, inzwischen ist das auch zur Gewohnheit, aber wenn du jetzt so gerade lachst, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, der höchste Wert, ich, 2,9. Gut geschätzt, es waren 2,25. Okay, naja, ich glaube zwischen 2,25 und 2,9 ist, wenn du jetzt nicht Gewohnheitsfinker bist. Also 2,9 ist immer noch näher dran als 3,5 oder was du gerade gesagt hast. Ähm, das eigentlich Interessante daran, der Höchstwert eines, ähm, einer alkoholisierten Person wurde nicht bei einem, ähm, Pkw-Führer oder Lkw-Führer festgestellt, sondern, nee, bei einem E-Scooter-Fahrer. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das ist einfach so. Aber das ist unglaublich schwer. Du musst auf dem Scheißding doch irgendwo zumindest ein bisschen Balance halten und wenn ich überlege, also wenn ich zwei Bier trinke, dann ist es mit der Balance bei mir komplett hin und der Typ hatte 2,25 Promille. Ja, jetzt müssen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass du ja nicht derjenige bist, der nicht mal nicht nur nicht regelmäßig, sondern, dass in fünf Jahren die Ereignisse, wo du ein Bier trinkst, an einer Hand abzuzählen ist, würde ich jetzt mal so pauschal sein. Aber trotzdem, 2,25 Promille ist doch auch für einen, ich sag mal, Gelegenheitstrinker bestimmt keinen Wert, den er einfach und ohne Probleme erreicht und hält. Also, ich finde, 2,25 Promille ist schon eine harte Ansage, auch für jemanden, der, weiß nicht, am Wochenende mal ein Bier trinkt oder halt, weiß ich nicht, unter der Woche sein Feierabendbier trinkt oder sowas. Wir machen, wir machen, du, wir machen meinen Feldtest, du rufst mich Samstag um 22.30 an und dann, wir machen mal einen Stream dazu. Genau, 16 Personen sind dann noch unter Einfluss sonstiger berauschender Mittel gefahren. Ich will gar nicht auf alles eingehen. Aber das ist wenig. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade hier da mal reinpresche, aber bei 6460, ich hab's mir extra aufgeschrieben, weil so Zahl nicht so mein Ding ist, dann insgesamt vielleicht, ich sag mal, mit anderen Mitteln und allen drum und dran, vielleicht 25, 30 Leute gehabt zu haben, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Da bist du ja selber, warte mal, ich rechne es mal runter, da bist du ja vielleicht bei 5 Prozent. Ich meine, das spricht für unsere Fahrer. Ja, also, da können wir ja froh sein an dieser Stelle, aber auf der anderen Seite hätte ich echt gedacht, dass das deutlich mehr ist. Alkohol- und Drogeneinfluss war relativ wenig. Jetzt kommen wir zu Geschwindigkeitsverstößen. Was meinst du denn, wie viele Überschreitungen registriert wurden? Überschreitungen wird hier nicht näher definiert. Also, potenziell könnte auch, also, ich gehe mal davon aus, sie werden nur die registriert haben, wo sie dann auch eingeschritten sind. Also, drei, vier Kmh werden sie wahrscheinlich gar nicht rausgezogen haben. Aber was meinst du, wie viele Geschwindigkeitsverstöße es gab? Ich würde mal eine Gegenfrage stellen. Wir sind neulich vom Zoo, oder du bist neulich vom Zoo nach Hause gefahren, als wir uns getroffen haben. Ja. Als wir uns getroffen haben. Fährst du immer Strich? Natürlich! Okay. Ich verstehe die Frage nicht. Ich fahr tatsächlich, ähm, weltener Strich. Ähm, ich fahr in der Regel meist fünf drüber, muss ich zugeben. Ja, und dann hast du noch deine Buddies bei der Polizei, die dir noch die Tipps geben. Zwinker, Zwinker. Grüße an die Kollegen. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich lag jetzt mit meinen 1700 so krass drüber, wobei ich vielleicht sage, naja, Geschwindigkeitsüberschreitung ist dann vielleicht doch noch einmal mehr als... Ich geb dir einen Tipp. Ja. Das sind mehr als, äh, alkoholisierte und drogenbeeinflusste Personen. Ganz ehrlich, dieser Tipp ist so sinnvoll wie ein Sack Sand in der Sahara. Bei mehr als 30, das hätte ich mir schon bei 6460 kontrollierten Fahrzeugen schon vorstellen können. Ich sag 700. Gut geschätzt, knapp daneben. Es waren 585. Naja. Die Geschwindigkeitsverstöße fühlen sich ja auch nicht weiter aus. Ich gehe davon aus, die sind immer bei PKWs gemacht worden oder zumindest bei Kraftfahrenden, also mit Motor. Ähm, was noch sehr interessant ist, wie ich finde, ähm, Missachtung von Rotlicht. Insgesamt wurden 849 Verkehrsteilnehmende, ähm, kontrolliert, beziehungsweise wurden, ähm, solche, ähm, 849 Missachtungen festgestellt. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. 706 davon waren Radfahrende. Das finde ich aber gut. Also, ganz ehrlich, ich bin heute... Nein, ich finde das nicht gut. Nein, also ich finde gut, dass sie sich dann eben auch auf die Fahrradfahrer ein bisschen so konzentrieren, weil ich bin heute selber tatsächlich an der Bushaltestelle, ähm, beinahe umgefahren worden vom Fahrradfahrer, weil ich meine, wir haben Radweg, alles gar kein Thema, wir haben eine Bushaltestelle, wir haben da Busse, die fahren. Ich meine, die meisten Radfahrer vergessen, dass wenn ein Bus anfährt, dass man da genauso Vorsicht haben muss auf dem Radweg, wie wenn ich Autofahrer bin. Irgendwann mal vielleicht in der Fahrschule gelernt oder zumindest in der Schule, wenn man da seinen Fahrradführerschein gemacht hat. Aber der kam aus der anderen Richtung angeschossen und hat zum Glück noch einen Bogen um mich herum geschossen, sonst würde ich heute ja auch jetzt hier nicht sitzen. Ähm, vielleicht dann irgendwann auf den Kanaren, wenn ich sie dann verklagt hätte und mir dort mein Häuschen gekauft hätte. Aber, äh, sei es drum. Also, ich finde Fahrradfahrer ohne jetzt dieses Pauschal, weil ich bin selber kein Autofahrer, ohne dieses Pauschalargument zu bringen, ja, aber die anderen müssen kontrolliert werden. Ja, aber so ein Radfahrer, glaube ich, ist dann tatsächlich nochmal in einer anderen Umgebung unterwegs und vielleicht das ein oder andere Risiko dort, dass tatsächlich nochmal ein bisschen stärker provoziert wird. Ähm, ich fand das auch ziemlich krass. Also, ich fand es auch sehr gut, dass Fahrradfahrer kontrolliert würden, weil ich, also das ist jetzt hier nur eine Stichprobe. Das ist natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht aufgearbeitet, aber ich finde als Stichprobe zeigt es einen sehr guten Querschnitt, nämlich, dass sehr viele Radfahrer, zumindest in Berlin, sich nicht an bestimmte Regeln halten. Und sei es drum, dass sie jetzt bei Rot über eine Ampel fahren, wo ich sage, ja, die rote Ampel gilt für einen Radfahrer, aber genauso wie für einen Pkw-Fahrer. Deswegen finde ich es unter anderem, das hier mal als Argument nutzend, diese ganze Diskussion mit, wir machen jetzt Straßen zu Radstraßen, weil wir den Radverkehr so pushen wollen, finde ich überhaupt nicht vernünftig, weil Radfahrer überhaupt nicht belangt werden in den meisten Fällen. Also, in der Regel hast du, wird kein Fahrradfahrer angehalten, wenn er über Rot fährt, sondern im schlimmsten Fall trifft es halt immer die Autofahrer. Ich bin sowieso der Meinung, dass Verkehr in Berlin ohne Pkw oder ohne Fahrzeuge in Form vom Auto oder Lkw oder auch Motorrad nicht funktionieren kann. Andere sehen das anders. Aber ich finde diese Stichprobe, dass hier der Großteil der Rotlichtmissachtungen durch Radfahrende aufgetreten ist, finde ich, sollte man nicht unter den Tisch kehren. Vielleicht noch als die zwei letzten Punkte. Es wurde natürlich auch Nutzung vom Mobiltelefon kontrolliert. Hier wird man sich denken können, sind in erster Linie, ja, oder steht hier gar nicht genau, sondern es sind insgesamt 545 Handyverstöße festgestellt worden und 171 davon waren Radfahrende. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der Rest oder der überwiegende Teil des Restes durch Pkw oder Lkw-Fahrer stattgefunden hat. Und vielleicht noch als letzten Punkt. Insgesamt wurden 1253 Ordnungswidrigkeiten bei Radfahrern festgestellt und geahndet. Wie gesagt, 706 waren die Rotlichtverstöße und unzulässiges Befahren von Gehwegen mit 300, mit fast 370 Feststellungen war die zweithäufigste, das zweithäufigste Fehlverhalten. Genau, warum haben sie es hier nicht aufgeschlüsselt? Aber ich fand halt gerade die Zahlen zu Rotlichtverstoß sehr interessant. Behalten Radfahrende halt auch. Und dann, ja, Nutzung am Mobiltelefon. Viele haben es nicht verstanden. Das sieht man halt sehr häufig, dass Leute auch mit Handy in der Hand fahren. Sowohl Pkw-Fahrer, Lkw als auch Radfahrende, auch wenn das die Radfahrenden weniger sind, keine Frage. Aber ich dachte mir, so als Stichprobe ist das doch eigentlich ganz nett mal anzusehen. und so als Statistik vielleicht auch mal ganz interessant mit aufzunehmen. Absolut, absolut. Du bietest mir heute echt keine Vorlagen, dass ich irgendwie sinnvoll irgendwelche Übergänge machen kann. Es tut mir so leid. Nächstes Mal sprechen wir uns ein bisschen besser ab, bitte. Ach, du warst jetzt noch bei dem Foltercontainer, ne? Ich habe eigentlich noch zwei Themen. Genau, Foltercontainer ist tatsächlich... Okay, dann warte, du kriegst noch eine Überleitung. Übrigens werde ich im August meinen Urlaub in den Niederlanden verbringen. Wusstest du das schon? Nein, aber ich könnte dir einen neuen Place to be anbieten. Oh ja, erzähl mir davon. Und zwar habe ich das tatsächlich aus meinem Netzwerk, diesen Hinweis bekommen, von Christoph. Danke an dieser Stelle. Danke, Christoph. Hat die niederländische Polizei in der Provinz Brabant einen Foltercontainer tatsächlich gefunden und die Bilder, ich verlinke euch das tatsächlich auch nochmal hier drunter unter dem Podcast, sind echt, echt beängstigend an dieser Stelle. Und zwar ist in einer Lagerhandel insgesamt aus offensichtlich sieben Containern ein ganzes, ich würde es jetzt mal nennen, Folterlabor entstanden. Mit Arztstuhl, mit Handfesseln, mit Alufolie offensichtlich innen ausgestattet und beziehungsweise ausgelegt, schallisoliert, offensichtlich mit WC an einigen Stellen, sechs waren wie Gefängniszellen eingerichtet und zwar sind aber auch sechs Personen bereits vor zwei Wochen schon von der niederländischen Polizei wegen des Verdachts der geplanten Entführung und Geiselnahme festgenommen worden. Die Polizei oder die ermittelnde Staatsanwaltschaft sagt an dieser Stelle, dass sich die Täter offensichtlich als Polizisten tarnen wollten und wie ein Sonderkommando in irgendwelche Wohnungen stürmen wollte. Das ist noch gar nicht so ganz klar, so wie ich das zumindest jetzt sehe. Wer denn überhaupt das tatsächliche Opfer gewesen wäre an dieser Stelle? Das ist offensichtlich aber auch ein europaweites organisiertes Netzwerk, das dort agiert hätte beziehungsweise diese, sie schreiben es in Anführungsstrichen, Behandlungszimmer, die man offensichtlich so in Kommunikationsüberwachung genannt hat von den Tätern. Also wer da das eigentliche Opfer gewesen sein sollte, möglicherweise tatsächlich Täter dieser organisierten Verbindung. Man hätte auch zahlreiche Folterinstrumente gefunden, Heckenscheren, Zangen und chirurgische Instrumente. Da bin ich mal tatsächlich ganz gespannt, ob es da tatsächlich in den kommenden Wochen noch weitere Informationen gibt. Wer denn hier eigentlich das Ziel sein sollte? So und von den Niederlanden bin ich örtlich gesehen gar nicht so weit entfernt vom Europaparlament und dort hat vergangene Woche der EU-Abgeordnete und Satiriker der Piratenpartei Nico Semsrott Alarm geschlagen. Ich habe mir das YouTube-Video auch angeguckt. Das werde ich an dieser Stelle auch auf YouTube bei euch verlinken dahin. Und zwar berichtet er darüber, dass offensichtlich während des Corona-Lockdowns und ja letztendlich auch dann, wenn im Brüsseler Büro im Europaparlament tatsächlich auch die Personen weniger anwesend gewesen sind, in die Büros der Abgeordneten eingebrochen sind. Täter, unbekannte Täter an dieser Stelle und Laptops sowie weitere Wertgegenstände gestohlen haben. Offensichtlich verfügen diese Büros nicht über ein elektronisches Zutrittssystem, das beschreibt Nico Semsrott in seinem YouTube-Beitrag, sondern über klassische Schlüssel, also dass auch der Sicherheitsdienst sowie Reinigungskräfte sowie gegebenenfalls auch dritte Personen dort das Büro oder die Örtlichkeiten betreten könnten. Das sei auch kein Einzelfall, so zwischen 40 und 100 weitere Abgeordnete verschiedener Fraktionen sind dort Opfer geworden. Und das war, als ich das das erste Mal gelesen habe, musste ich tatsächlich an dich und an unsere gemeinsame Vergangenheit denken, weil das Thema müsste dir doch auch bekannt vorkommen, oder? Das ist tatsächlich. Also ich hatte das auch gelesen, oder hatte nur die Überschrift gelesen, dass da irgendwie Laptops, habe ich gelesen, weggekommen sein sollen, wie auch immer. Gibt es da schon irgendwie, also weiß man schon irgendwie was genaueres, was da jetzt genau Phase gewesen ist, oder weiß man nach wie vor nur, dass da was weggekommen ist? Man weiß nur davon, dass was weggekommen ist. Nico Semsrott kritisiert ganz erheblich tatsächlich den Sicherheitsdienst des Parlaments. Man sei dort wenig auf, ja, Gegenliebe, auf Aufmerksamkeit gestoßen. Wobei ich sagen muss, natürlich kann ich aufgrund diesen Einbruchs, dieser Argumentation, die Enttäuschung und das Verlangen danach, dass jetzt mal endlich bitte mal was passieren soll, verstehen. Auf der anderen Seite, du und ich haben es ja auch eine ganze lange Zeit gemacht. Das ist natürlich schwierig unter den Voraussetzungen zu sagen, naja, ich habe klassische Schließsysteme. Für mich ist so ein Parlament eben auch irgendwo Coworking-Space. Da sind die unterschiedlichsten Personen. Und wenn ich da keine Kontrolle und keine Zutrittsmöglichkeit habe, sondern nur einen Generalschlüssel oder vielleicht sogar mehrere Generalschlüssel habe und diese dann auch über sechs Wochen in irgendeiner Art und Weise genutzt werden konnten, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, naja, was soll ich denn an dieser Stelle auch tatsächlich machen? Also da hilft im besten Fall natürlich, klar, du kannst Täterfallen stellen, du kannst gucken, wer war wann tätig und vielleicht das Ganze so ein bisschen eingrenzen, aber am Ende des Tages muss man auch ehrlicherweise sagen, der beste Schutz ist eben bei Büroräumlichkeiten auch noch, wenn es tatsächlich keine, ich sag mal, Auswertemöglichkeiten, Videoüberwachung oder ähnliches gibt, da muss ich meine Sachen einfach auch mit nach Hause nehmen, einen Kensington-Lock, das wird dann nochmal schwieriger sein zu knacken und andere Maßnahmen haben. Und natürlich verstehe ich auf der einen Seite die Wut, auf der anderen Seite sage ich dann auch wieder irgendwie, naja, irgendwie ist dann wenigstens an dieser Stelle das Europaparlament ein Querschnitt der Gesellschaft, weil das passiert zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden in deutschen Büros jeden Tag. Was ich bedenklicher oder wo ich für mich feststelle, dass wir da offensichtlich noch ein Topic haben, wir sollten uns im Europaparlament mal um Sicherheitsjob bewerben, weil sie sich mir nicht erklärt, warum man da nicht auf elektronische Zugangsmöglichkeiten geht. Und was mich halt noch mehr wundert ist, also es gibt ja Möglichkeiten, sein Laptop zum Beispiel jetzt gegen Diebstahl zu sichern mit so einem Kensington-Lock, wie du zum Beispiel sagst, warum man das nicht tut oder ob es die gibt und die Abgeordneten einfach so leichtfertig mit dem Zeug umgehen, dass sie sagen, hö, ich schließe das nicht an, das ist mir egal. Das ist ja potenziell immer noch eine Möglichkeit, dass irgendein Abgeordneter sich hinstellt, sagt so, ist mir doch egal und weiß ich nicht, sein Büro zum Beispiel gar nicht mehr verschließt, aber warum man da nicht darauf achtet, das verwundert mich doch sehr stark. Ja, ja, auf der anderen Seite, diesem auch Herr zu werden, das ist eine schwierige Sache und ich glaube, die wichtigste Sicherheitsmaßnahme an dieser Stelle ist, neben natürlich einer technischen Ausstattung von elektronischen Zutrittssystemen, was dann auch nachvollziehbar auswertbar macht, wer wann welche Karte eigentlich benutzt hat, um das zumindest so ein bisschen einzugrenzen. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn so ein Generalschlüssel ausgegeben werden soll, naja, dann musst du ja auch, sollte das auch im Idealfall dokumentiert werden, aber ja, dieser Generalschlüssel wird dann wahrscheinlich täglich ausgegeben an die Reinigung, wenn aber ein Büro mit einer Karte in den letzten sechs Wochen nur einmal betreten wurde und dann irgendwie was aufgebrochen wird, dann gibt das zumindest mal, ich sage meinen Anhaltspunkt dafür. Ja gut, aber wenn du den Schlüssel auf täglicher Basis ausgibst, dann kannst du ja nachvollziehen, wer den Schlüssel hat. Gut, aber ich weiß bei sechs Wochen nicht, wann das Büro aufgebrochen wurde oder Büro betreten und praktisch diese kleine Metallfach, so wie ich es gesehen habe oder wie ich es interpretiert habe, haben die auch alle Ikea-Schreibtische und da diese kleine Metallfachschublade dort aufgebrochen wurde, naja gut, dass das kein Schutz ist, das sollte uns allen Bewusstsein und ich glaube auch da so ein bisschen die, also das geht für mich im Europaparlament auch so ein bisschen mit Vorbildfunktion, also da zu sagen, naja bei uns im Europaparlament wird nicht gestohlen und sich nachher dann so arg auch darüber zu wundern, ich weiß echt nicht, ob, naja, ob das wirklich so Sinn macht. Ja gut, mit ein bisschen Glück klären sie das noch auf und wir erhalten mehrere Informationen darüber, wage es leider zu bezweifeln, aber gut, da kommst du heutzutage nicht mehr drum rum. Gut, du hattest gesagt, du hättest noch, ach nee, das war dein... Das war meins, ich habe beide jetzt abgefrühstückt, außer du möchtest da noch was kommentieren, zum Folter-Container. Nee, ich habe tatsächlich versucht über den Link, den du gepostet hast, Bilder zu finden, aber da war nur ein Foto und das ist sehr unaussagekräftig, deswegen ja, würde ich das so stehen lassen und würde in Anbetracht der Zeit, der fortgeschrittenen Zeit, uns dem Hauptthema zuwenden, dass witzigerweise, muss man vielleicht mal dazu sagen, von mir eigentlich als Quickie geplant war und Florian, ohne dass wir uns abgesprochen haben oder ohne, dass wir darüber geredet haben, zum Anlass nahmen, daraus jetzt ein Hauptthema zu machen. Ja, und all diejenigen, die da die letzten Wochen das auf Facebook bei mir verfolgt haben, die werden jetzt wahrscheinlich mit den Augen rollen und die werden jetzt abschwiegen an dieser Stelle, ist mir scheißegal, aber ich glaube, wir müssen mal grundsätzlich darüber reden, wie wollen wir eigentlich in Deutschland mit Polizeikritik umgehen und da war ja ein Aufhänger und das ist letztendlich das kurze Quickie-Thema von Raphael und dann würde ich dich auch gleich bitten, damit zu starten, das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin. Genau, also ich wollte das, bevor du jetzt angefangen hast, wollte ich ziemlich genau das Gleiche sagen, nämlich wie kam dieser Stein überhaupt ins Rollen und zwar gibt es in Berlin seit Neuestem ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz. Das Antidiskriminierungsgesetz sagt in erster Linie aus, dass wenn Personen sich durch Behörden, also man geht immer von Polizei aus, aber grundsätzlich sich von Behörden bei einem Verwaltungsakt oder bei einer Maßnahme diskriminiert fühlen, sie das gegenüber dem Land Berlin zur Anzeige bringen können. Dieses Antidiskriminierungsgesetz nutzt die Beweislastumkehr. Das heißt, normalerweise gilt ja die Unschuldsvermutung, solange unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Bei dieser Beweislastumkehr, die im Antidiskriminierungsgesetz beschrieben steht, heißt es, dass wenn ich als Bürger von der Polizei kontrolliert werde zum Beispiel und ich sage, ey, ihr habt mich aber diskriminiert, weil ihr hättet auch den Schwarzen da drüben rausziehen können, dann kann ich das zur Anzeige bringen und jetzt bin nicht mehr ich in der Bringschuld, zu zeigen, dass die Polizisten wirklich falsch gehandelt haben, sondern die Beweislastumkehr zwingt quasi die Polizisten dazu, jetzt nachzuweisen, dass sie halt nicht falsch gehandelt haben, weil sie per se, um das mal so auszudrücken und salopp zu sagen, weil sie per se erst mal schuldig sind. Naja, da würde ich dann schon gleich mal wieder einhaken, weil das ist ja ein Diskussionspunkt, worüber alle sich irgendwie so ein bisschen streiten und wenn ich tatsächlich in das Gesetz reingucke, dann steht da, ich muss, ich habe nicht eine ganz klassische Beweislastumkehr, sondern es geht auch letztendlich, das heißt Paragraph 7, es heißt Vermutungsregelung, genau und dann werden, aber da wird darüber gesprochen, dass Tatsachen glaubhaft gemacht werden und ich meine, das ist ja letztendlich auch so eine Sache, wo du dann auch sagen musst, Tatsachen sind erst mal auch vor Gericht haltbare Beweise, die in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auch begründet sein müssen. Also ich kann ja jetzt nicht rausgehen und sagen, der hat mich jetzt diskriminiert und dann fragt mich jemand, naja, also was sind denn deine Begründung, ja, wie ich es gefühlt habe. Ich finde, ich muss, aber ich finde es trotzdem, es geht aber genau in diese Richtung, selbst wenn ich, also grundsätzlich bin ich ja dafür, dass man, wenn man etwas macht, es auch vernünftig macht und daher ist die logische Konsequenz aus meinem, aus meinem gerade eben gesprochenen Satz, dass ich die Beweislastumkehr auch vernünftig umsetze. Wenn man jetzt schon wieder anfängt mit, ja, es müssen nur glaubhafte Tatsachen vorgebracht werden, dann weiß ich jetzt schon, wo das endet. Nämlich, dass ein Polizist eine, eine, ja, Sache, eine glaubhafte Sache vorbringt, der Ankläger das mit seinem Anwalt, ich sag mal, in Zweifel ziehen wird und sich dieses, ja, dieser kleine Fall, sage ich jetzt mal, um das mal so hochzuspielen, ewig lange vor einem Gericht hängen wird, weil dann geklärt werden muss, ist es überhaupt glaubhaft, ist es das nicht, da muss ein Urteil gefällt werden, pipapo, das sind Sachen, die werden sich ewig ziehen. Mir geht es in erster Linie auch nicht mal unbedingt um die Beweislastumkehr, auch wenn ich das per se schon scheiße finde, nicht, weil ich so ein Verfechter von der Polizei bin, sondern, weil ich hier, wie auch andere Kritiker, durchaus ein Problem darin sehe, dass die Polizei ihre Arbeit nicht mehr machen kann. Es ist wichtig, dass man gegen Diskriminierung vorgeht, das, das will ich gar nicht kleinreden und da bin ich auch voll auf der Seite, aber jetzt anzufangen mit, dass man quasi ein Gesetz erlässt, wonach Polizisten per se erstmal angezeigt werden können oder auch Feuerwehrleute, Ärzte, was auch immer, also alle, die im Dienste des Landes Berlins stehen, dass die per se angezeigt werden können, weil sie diskriminierend sind, weiß ich nicht, das erweckt in meinen Augen irgendwie nicht wirklich den Eindruck, dass das Land hinter seinen Bediensteten steht, finde ich. Darf ich mal eine These in Form einer Frage vermuten? Also eine Frage stellen? Darfst du viel vermuten, wie du willst? Du musst es mir nicht mitteilen. Ich probiere es mal. Passend dazu hat nämlich der Tagesspiegel heute früh Zahlen aus, ich glaube, das ist eine unveröffentliche Anfrage des grünen Abgeordneten Benedikt Lux hier aus Berlin Zahlen veröffentlicht. Das ist das, was du auch heute gepostet hast. Genau. Wo es darum geht, 1820 Beschwerden über die Berliner Polizei gab es 2019 und 69 davon stuf die Polizei als unberechtigt ein. Jetzt ist die Frage, basierend auf diesen Zahlen, weil das einfach meine so eine grundsätzliche Fragestellung ist, ändert sich denn eigentlich wirklich was mit dem Antidiskriminierungsgesetz? Oder ist das jetzt nur einmal festgeschrieben, worüber reden wir denn eigentlich? Also wir reden ja eigentlich nicht über ein komplett neues Phänomen. Also ich kann doch auch heute jetzt schon rausgehen und da brauche ich gar keinen Staatsbediensteten, sondern ich kann jetzt, wenn wir hier die Podcast-Folge beendet haben, kann ich auf polizei.berlin-Online-Wache eine Anzeige gegen den Herrn Raphael stellen, weil ich erst mal sage, jo, der hat mich beleidigt. So, und das ist ein ganz schlimmer Mensch und der hat mich bedroht im Podcast und der ist total ausfallend geworden. Auch da muss ich doch, bevor überhaupt die Polizei ermittelt, muss ich doch auch Tatsachen nahe bringen, bevor sie mit dem SEK bei dir einmarschieren, dich festnehmen und dann, also dieser Ermittlungsansatz muss doch basieren auf Tatsachen, weil ich kann auch heute auch schon jeden anzeigen, wie ich möchte. Du kannst, du kannst nach wie vor auch jeden anzeigen, das ist richtig. Allerdings läuft es, zumindest ist das mein Kenntnisstand und ich weiß, du hast in deiner Familie jemanden, der das uns bestimmt noch besser erklären kann. An dieser Stelle sollten wir vielleicht deinen Familienmitglied mal einladen. Und zwar kannst, kannst du grundsätzlich gegen jeden und gegen alles eine Anzeige erstatten. Ob das aufgenommen wird, verfolgt wird, ist eine andere Sache. Aber soweit mir bekannt, ist das so, wenn du mich anzeigen würdest wegen Beleidigung, würde das in erster Linie wohl so weitergehen, dass die Polizei mir einen Brief zuschickt mit, sie sind, äh, sie sind Tatverdächtiger in folgender Straftat, wollen sie sich dazu äußern. Und dann kriegst du so einen Befragungsbogen, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, insofern äh, ändert sich. Aber es gibt doch eine Plausibilitätsprüfung doch vorher, zumindest in dem Bereich. Nein, ich denke nicht. Also, ich mach mal das nicht nur bei dir. Ich würde mal echt interessieren und falls jemand solche Zahlen hat, gerne mal uns zur Verfügung stellen. Ich würde mal, also wenn, ich gehe mal ganz stark davon aus, von diesen ganzen Spinnern, die wir da draußen haben, der erstattet mindestens eine Handvoll jeden Tag Anzeige gegen Angela Merkel. So. Wegen Volksverrat, Volksverhetzung und was diese Spinner aller sind. Ich krieg doch nicht jeden Tag einen Brief. Nee, das nicht, aber das ist ja auch in meinen Augen wieder ein anderer Punkt, als wenn du zur Polizei gehst und gegen mich eine Anzeige fertigst. Also, ich hab tatsächlich in meinem Leben, beim privaten Leben, einmal, jetzt muss ich mal echt überlegen, also ich hab jetzt einmal, was mich erinnert, aber das können wir auch als Beispiel nehmen, weil mir praktisch bei einem Konto, das ich hatte, die Pindaten und Kontodaten und alles mögliche aus dem Briefkasten heraus gestohlen wurden und ich dort auch eine Schadenssumme hatte, die ja ein paar tausend Euro waren, persönlich Anzeige vor Ort erstattet und da musste ich tatsächlich den Polizeibeamten auch mitgeben, dass die, nennen wir es mal 5000 Euro, ich weiß gar nicht, wie viel es gewesen sind, tatsächlich auch auf diesem Konto waren und dann abgezweigt wurden und unberechtigterweise vom Konto abgebucht wurden. Tatsächlich, wenn du dich mal an unserer Zeit zusammen zurückerinnerst, wo wir zusammengearbeitet haben, da habe ich ja fast auf wöchentlicher Basis Diebstahl, Unterlassungsanzeigen und Betrugsanzeigen geschrieben, wissungsweise aufgegeben, in der Regel bei der Internetwache, vielen Dank an die Polizei Berlin, dass es die gibt und in der Regel musste ich nicht in irgendeiner Form klar machen, dass dieses wirklich gestohlen ist. Das Einzige, was von der Polizei zurückkam, war in der Regel, naja, können Sie weitere Angaben dazu machen, also können Sie noch was genauer sagen, wo das weggekommen ist, können Sie uns noch genauere Angaben zu dem Telefon machen, wobei ich zum Beispiel E-Mail-Nummern etc. habe ich alles in der Online-Wache angegeben, aber es kam nie die Frage nach einem Beweis, sage ich mal, dass dieses Gerät, das sich jetzt zur Anzeige gebracht hat, uns auch wirklich gehörte. Die Frage kam in der ganzen Zeit, die ich die Anzeigen geschrieben habe, und das waren einige, kam nicht ein einziges Mal. Ja gut, aber jetzt steht jetzt nun mal hier in Paragraph 7 drin, werden Tatsachen glaubhaft gemacht. Also da sind ja, das sagt für mich jetzt erstmal, gut, nachher wird das am Ende des Tages. Warum hast du das gesetzt und ich finde es nicht? Ich habe es sogar reingestellt in unseren Regieplan, und zwar unter, worüber reden wir denn überhaupt? Zahlen, Daten, Fakten. Ach, da hast du das eingestellt. Da ist die Materialsammlung, das verlinke ich euch auch mal, der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Da gibt es einen Bereich, da gibt es nämlich die LADG Drucksache, und die hat im Abschnitt 3 die Vermutungsregelung. Und da sind zwei Worte drin, wo ich einfach... Aber warum die Drucksache... ...weiß noch nicht in dieser Art und Weise, glaube ich, veröffentlicht ist. Es ist noch nicht im Gesetzesblatt erschienen. Deshalb hast du nur den letzten Drucksachenstand, wo es im Senat besprochen wurde, im Abgeordnetenhaus. Du kannst dir auch das Gesetzes- und Verordnungsblatt für Berlin vom 20. Juni da drüber angucken, da hast du dann nämlich das Eigentliche... Aber jedenfalls Tatsachen glaubhaft gemacht. Also da sind ja zwei Sachen, zwei Wörter drin, und ja, wir bräuchten an dieser Stelle... Und doch, es gilt schon, weil es steht unten da, dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetzes- und Verordnungsblatt in Berlin in Kraft. Das oberste Ding, das du öffnen kannst, ist nämlich das Gesetzes- und Verordnungsblatt für Berlin, 76. Jahrgang, Nummer 29, 20. Juni. Also seitdem ist es in Kraft, oder von mir aus auch seit dem 21. Stimmt. Aber gut, es hat sich auch da nichts getan von der Besprechung. So, aber Tatsachen und glaubhaft. Also Tatsachen sind ja erstmal auch wieder... Ja, aber Paragraph 7 sagt aus, sagt lediglich aus, dass man glaubhaft machen muss, dass sie diesen Verstoß quasi erst widerlegen muss. In meinen Augen ist es aber als eine Aussage einer Person, dass sie diskriminiert wurde, doch schon eine glaubhafte Sache. Weil wenn wir jetzt sagen, naja, nur weil sie das zur Anzeige bringen, müssen sie mir jetzt noch einen Beweis erbringen, dass das auch wirklich so war, das ist ja Quatsch. Also, wie willst du denn ein Gespräch beweisen? Vor allen Dingen, wo kommen wir denn dahin, wenn deine Aussage als Person schon nicht mehr mehr glaubhaft ist? Also, ich mach in meinen Augen so keinen Sinn. Ja, sie kann ja, also ein Zeugenbeweis ist ja auch ein Beweis, der vor Gericht zugelassen wird in dieser Art und Weise. Ja, aber damit schließt sich der Kreis, sobald du eine Aussage machst, dass ein Polizist, ein Feuerwehrmann, wer auch immer, dich diskriminiert hat, greift Paragraph 7, weil deine Aussage ist eine glaubhafte Tatsache und somit muss der Polizist widerlegen, dass das wirklich so stattgefunden hat. Also, dein Argument mit, naja, der muss ja erstmal einen Beweis erbringen, dass das wirklich so war, bevor man da überhaupt was widerlegen muss. Das funktioniert ja nicht, wenn meine Aussage schon als glaubhaft gilt. Und das muss sie theoretisch ja, weil sonst kann ich mir die Anzeige wiederum sparen. Und vor allen Dingen geht man ja dann grundsätzlich davon aus, dass wenn ich was zur Anzeige bringe, im Sinne dieses Gesetzes, ich grundsätzlich lüge, wenn meine Anzeige, beziehungsweise meine Aussage zu dieser Anzeige nicht glaubhaft ist. Wenn ich noch einen extra Beweis erbringen muss, würde das ja per se bedeuten, dass ich ein Lügner bin und ich da erst klar machen muss, dass es nicht so ist. Ja, aber spätestens vor Gericht muss ich ja sagen, nicht nur ich habe das gesehen, sondern meine fünf Freunde haben das gesehen und übrigens der Deutsche, der mit uns in dieser Gruppe stand, wurde nicht kontrolliert. Also das ist ja eine Aussage, die vielleicht auch in bestimmten Bereichen... Ja, aber was machen denn dann Leute, die alleine von der Polizei aufgegriffen werden? Also dann haben die ja keine Chance. Dann hast du mit dem Gesetz wiederum nichts gerissen. Was machst du denn, wenn du jetzt rausgehst oder von mir aus um 23 Uhr durch Teltow läufst, wo wir alle wissen, dass Teltow dann mit Sicherheit nicht die große Partymeile ist... Ah, sag das nicht. ...und die Polizei dich da anhält und sagt so, Kollege Schnürschuh, was machen Sie hier, was wollen Sie hier und sehen Sie zu, dass Sie mir den Ausweis zeigen, sonst knüppel ich sie gleich kaputt. Und du beschwerst dich jetzt daraufhin, gut, das ist jetzt ein Berliner Gesetz, kein Brandenburger Gesetz, aber spinnen wir den Fall mal weiter. Du bringst das zur Anzeige, weil das definitiv eine Diskriminierung von mir aus auch noch eine Beleidigung war, weil sie da irgendwas gezogen haben und man sich jetzt hinstellt und sagt so, ja, alles klar, wir nehmen das zur Anzeige, wir müssen aber spätestens vor Gericht in irgendeiner Form weitere Beweise dafür vorlegen, dass sie wirklich von den Polizeibeamten diskriminiert wurden. Na, wie willst du denn das machen, wenn du alleine bist? Ja, aber dieses Problem habe ich doch heute sowieso. Also versuch das mal in eine andere Richtung zu bringen. Wenn wir beide alleine in Teltow unterwegs sind und du beleidigst mich, jetzt mal einen ganz anderen Straftatbestand oder du… Steht in der Regel Aussage gegen Aussage. Genau. So, und dann, das ist ja doch eigentlich die interessante Frage. Die interessante Frage ist doch, und das würde ich jetzt per se erstmal nicht daraus legen, lesen, zu sagen, naja, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann habe ich ja neben dieser Thematik Antidiskriminierungsgesetz ja oftmal auch eine Straftat im Raum. So, und ich habe ja hier zwei Wege, die ich ja letztendlich gehe. Einmal das klassische öffentliche Recht mit dem Antidiskriminierungsgesetz und ich habe das Strafrecht. Ich kann doch nicht im Strafrecht nicht verurteilt werden, weil dort heißt in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, bei Aussage gegen Aussage und wenn dort keine weiteren Beweise vorgelegt werden, dann ist das schwierig. Natürlich kann ich eine Indizienverhandlung haben und dann gibt es auch Glaubhaftigkeitsgutachten oder sowas. Weiß ich nicht, ob das bei Beleidigung oder Diskriminierung gezogen wird, aber ich kann nicht strafrechtlich nicht verlangt werden und gleichzeitig doch im Diskriminierungsbereich nicht dann plötzlich da verurteilt werden, in Anführungsstrichen, öffentlich-rechtlich. Also ich finde das Gesetz, wie gesagt, ich finde es schwierig. Du, ich bin ja voll bei dir. Also die ist gut, glaube ich, aber die Frage ist, wie ist dort die Umsetzung? Und das ist das Problem. Das Gesetz an sich, ich habe es nicht komplett gelesen und ich verstehe wahrscheinlich wieder nur die Hälfte. Das Gesetz per se wird nicht so schlecht sein. Paragraph 2 hält relativ klar oder schreibt relativ klar, weswegen du nach diesem Gesetz quasi diskriminiert werden kannst. Das wird am Ende dann wieder ein Interpretationsding sein. Wer hat was wie verstanden? Pipapo. Das größere Problem, das ich mit diesem Gesetz hier einfach sehe, ist, dass Polizisten grundsätzlich ja jetzt erst mal angezeigt werden können. Also noch einfacher, in Anführungszeichen, als vorher. Und ähnlich wie bei den Corona-Soforthilfen bin ich mir 100 Prozent sicher, dass es auch hier wieder schwarze Schafe geben wird, die sich das hier zum Anlass nehmen, um eventuell beim Staat Berlin abzukassieren. Denn... Ist übrigens schon angekündigt worden, die Clan-Kriminalität wird das vermutlich ausnutzen, das sagte selbst die Polizeipräsidentin. Genau, weil das Gesetz für alle, die es nicht gelesen haben oder sich damit nicht beschäftigt haben, hält nämlich fest, dass nicht der einzelne Beamte, in Regress genommen wird, in Form von Schadensersatzforderungen, sondern das Land Berlin. Das ist auch der eigentliche Aufhänger, warum wir darüber sprechen, weil nämlich Bayern aufgrund dieses Gesetzes gesagt hat, na, also wenn wir jetzt hier auch in Regress genommen werden können, wenn wir zu irgendwelchen Risikospielen, Demonstrationen unsere Einsatzkräfte zu euch schicken und wir am Ende dafür zahlen müssen, dass die für euch arbeiten, dann schicken wir keine Leute mehr. Da hatte Berlin auch gleich gesagt, nein, nein, die Einzigen, die nach diesem Gesetz quasi zum Schadensersatz aufgefordert werden können, ist Berlin. Und selbst wenn ein bayerischer, ein hessischer oder sonst welcher Polizist in Berlin seinen Dienst tut in Form von, ich sag mal, Amtshilfe oder Nachbarschaftshilfe und es kommt zu einem solchen Fall, dann ist trotzdem das Land Berlin derjenige, der dann dafür zahlen muss. Was ich aber sehe, ist halt wie bei den Corona-Soforthilfen, dass jetzt ein Haufen Leute auf die Idee kommen, Polizisten noch und nöcher anzuzeigen, um eventuell ein bisschen Geld aus Berlin abzuzweigen. Punkt eins. Punkt zwei ist, wie du selber schon mal gesagt hast in einem unserer Podcast, unsere Gerichte, also bei denen ist jetzt nicht der Sommerurlaub ausgebrochen, ganz im Gegenteil, die sind überlastet, noch und nöcher. Und wir schaffen jetzt ein Gesetz, mit dem es grundsätzlich einfacher ist, bestimmte Personen einfach anzuzeigen und auch noch den, ich sag mal, Anreiz schaffen, Berlin Geld abzunehmen. Wer sagt mir denn, dass jetzt nicht mindestens, weiß ich nicht, wie viele Fälle da aufkommen, nur um zu versuchen, entweder die Polizei irgendwie zu drücken, Geld aus Berlin rauszupressen und wer sagt mir, dass diese Fälle sehr schnell abgearbeitet werden. Das ist in meinen Augen in Berlin überhaupt nicht, ja eben, das ist in meinen Augen in Berlin überhaupt gar nicht machbar. Das heißt, so gut das Gesetz auch gemeint ist und ich weiß, dass du für das Gesetz warst, als wir das allererste Mal darüber gesprochen haben, bin ich der Meinung, wird es unsere Justiz noch stärker belasten und am Ende hast du genau das gleiche Problem wie sonst auch. Du hast einen Fall aus 2020 und diesen Fall, mit dem beschäftigst du dich vor Gericht frühestens 2025, wenn du Glück hast. Und das kann doch nicht die, also in meinen Augen ist das doch nicht die, kann das doch nicht die Realität sein, dass ich ein Gesetz erlasse und das dann überhaupt gar nicht, ich sag mal, in der Nähe, zeitlich gesehen, in der Nähe des eigentlichen Vorfalls abhandeln kann. Ich muss dich erstmal korrigieren. Ich bin nicht für das Gesetz, sondern ich bin für die Intention des Gesetzes. aus zweierlei Gründen. Ich glaube, dass, wenn wir uns diesem Thema ein bisschen stärker annehmen, ich glaube auch, dass das zu einer gewissen Professionalisierung innerhalb der Polizei führen kann, ohne der Polizei jetzt eine Professionalisierung oder ein professionelles Handeln abzusprechen. Weil seien wir mal ehrlich, die polizeiliche Lage, nehmen wir mal den Görlitzer Park, da muss ich nicht Tante Erna und ihre drei 90-jährigen besten Freundinnen aus dem Kaffeekränzchen kontrollieren, wenn ich auf Drogendealer aus bin. Ich muss aber auf der anderen Seite auch nicht alle schwarzen Personen im Görlitzer Park kontrollieren, weil ich erstmal dort einen Generalverdacht aufstelle. Also das heißt, ich muss aus meiner Sicht, aus jemandem, der jetzt auch gerade ganz intensiv im Lagebereich arbeitet, muss ich doch gucken, dass ich meine Maßnahmen viel, viel stärker auf einer ermittlungstaktischen Basis formuliere, beziehungsweise durchführe und durchsetze. Und ich glaube, natürlich ist das eine Schwierigkeit. Wir haben in Berlin zu wenig Polizisten, das ist klar. Und sicherlich ist da manchmal der einfachste Weg auch der Weg, der dann aufgrund der Not auch gegangen werden muss. Aber ich kann auch ohne praktisch eine Hautfarbe, und ich habe das vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen sogar auf Facebook mal geschrieben, naja, anstatt zu sagen, ich kontrolliere alle schwarz im Görlitzer Park, kann ich doch auch meine Einsatztaktik darauf berufen, dass ich beispielsweise einen Bereich die letzten drei Tage observiert habe. Dort sind halt immer wieder an der Bank X dritter Weg links fünf Personen angetroffen worden. Ich habe mir die, wo es dann Austausch zwischen Geld und Substanzen gegeben hat, ich habe mir dann die Käufer geschnappt. Die konnten mir dann über WhatsApp-Nachrichten nochmal zeigen, dass genau diese Bank als Drogen-Hotspot genannt wird, und dann schreibe ich da drei Sätze in ein Einsatzkonzept rein, kontrolliere alle Personen, die an der Bank sind, und naja, dann habe ich bis dahin noch nie darüber genannt, dass die Drogendealer dort die Schwarzen sind, sondern dass dort Personen kontrollwürdig sind, die sich an dieser Bank in diesem Bereich aufhalten. Und dann bin ich komplett raus aus dieser Diskriminierungssache und bin da nur noch drin im ermittlungstaktischen Bereich. Und das zweite Thema ist das, das liegt zwar sicherlich ein paar Tage schon zurück, aber als ich das letzte Mal mit dem Zug nach Prag gefahren bin, das war zwar die Landespolizei, saßen wir, saß ich mit meinem Vater in einem, die Prager, die tschechischen Züge haben ja alle noch diese Waggon und diese Abteile, und saß mit ihm zusammen und irgendwie bei Dresden sind zwei dunkelhäutige Männer mit eingestiegen. So. Und was macht die Bundespolizei? Die Bundespolizei ist rangegangen an den Waggon und du hast denen von ihrer Intention heraus gemerkt, die wollen diese beiden Personen kontrollieren. So. Und, ähm, kommen rein und sagen, Ausweiskontrolle. Und mein Vater und ich kramen den Ausweis raus und die, die beiden winken schon ab, als sie dann nur gesehen haben, äh, Personalausweis zeigen sie raus. Den wollten sie von uns gar nicht sehen, die wollten von uns keine Personenabfrage machen und haben das komplette Prozedere bei diesen zwei Personen dann, die mit uns in diesem Waggon saßen, durchgeführt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das, das, da geht's mir tatsächlich auch ein bisschen, bisschen zu weit und ich muss versuchen, dieses Dilemma irgendwie ein bisschen aufzulösen. Und deshalb würde ich dich gerne mal fragen, ähm, was du denn von dem Bremerweg hältst. Also der Bremerweg geht ja weg, der Bremerweg, oder das Landespolizeigesetz Bremen, was dort gerade diskutiert wird, geht ja weg davon, zu sagen, so wie es Berlin macht, Antidiskriminierungsgesetz rein. Bremen sagt, okay, unsere Polizei behält die Befugnisse bei, ähm, die sie jetzt haben, auch kriminalitätsbelastete Orte, ohne, ähm, äh, Anlass dort praktisch Kontrollen durchzuführen von allen Personen, die sich an diesen kriminalitätsbelasteten Orten, ähm, aufhalten. Aber, wenn ich an so einem Ort zukünftig Kontrollen durchführe, als Polizeibeamter, muss ich eine Kontrollquittung ausgeben, wo ich dann danach, wenn dann nicht unbedingt, das interpretiere ich jetzt an dieser Stelle, daraus sowieso, weiß ich nicht, weil er zum Haftbefehl ausgeschrieben wurde oder irgendwelche Straftaten an diesem Ort begangen hat, wo dann ein Kontrollgrund draufstehen muss. Meinst du, in dieser ganzen Diskussion, die wir führen, ob, ist das nicht vielleicht so ein Mittelweg zu sagen, ich, ich mache meine Maßnahmen ein bisschen transparenter, weil ich glaube, am Ende des Tages geht es nur darum, um Transparenz der Maßnahmen. Ähm, ich bin, also das, was du zum Görlitzer Park gesagt hast, ist in meinen Augen nicht korrekt. Wenn ich mich nicht ganz irre, und das wird nicht offiziell veröffentlicht, da müsste man, ähm, Polizisten fragen, ist in meinen Augen, wenn ich mich nicht irre, der Görlitzer Park ein kriminalitätsbelasteter Ort. Das heißt, er ist durch die Polizei schon anders gekennzeichnet mit dem Hintergrund, dass da häufig Straftaten, ähm, verübt werden. Und diese kriminalitätsbelasteten Orte ist, glaube ich, auch im ASOK Berlin festgehalten, ähm, erlauben eine unabhängige oder eine verdachtsunabhängige Kontrolle, weil es ein, weil es ein kriminalitätsbelasteter Ort ist. Ähm, die Idee, die du, oder das Szenario, das du aufgemacht hast, ist eine schöne Idee, aber so läuft es in der Realität nicht ab. Und ich bin auch der Meinung, dass es einem, äh, Lagebeurteilenden, der irgendwo in einem, äh, in einem Büro sitzt und die Lage beurteilen soll, überhaupt nichts, also dem bringt das Gesetz überhaupt nichts, sondern du musst das Gesetz in meinen Augen für die machen, die auf der Straße stehen und die Kontrolle durchführen müssen. Weil das sind nämlich am Ende die Gelagmeierten, ähm, weil wenn der Görlitzer Park ein kriminalitätsbelasteter Ort ist, mal davon ausgehend, dass das, was ich gerade gesagt habe, stimmt. Das stimmt übrigens, ich habe es parallel nebenbei angeguckt. Ah, okay, gut, habe ich es doch noch richtig im Kopf und Sie haben es nicht geändert. Ähm, dann bedeutet das ja aber, der, der, äh, Görlitzer Park ist schon, wie du es gesagt hast, einer, ein besonderer Ort. Du hast es jetzt an der Bank festgemacht, finde ich, wäre ein bisschen klein gefasst, aber der Görlitzer Park an sich ist schon ein Ort, der besonders kriminalitätsbelastet ist. Das weiß man auch, das kann man, gehe ich mal ganz stark von aus, auch nachweisen. Und jetzt darf man dort Kontrollen durchführen, ähm, um quasi festzustellen, ob das immer noch so ist, beziehungsweise zu vorbeugenden Maßnahmen, was auch immer. Aber da muss ich doch alle kontrollieren. Da darf ich mir noch nicht einzelne Personengruppen raussuchen. Warum? Du hast ja, du hast ja ein, ein typisches Täterbild und dieses Täterbild versuchst du, äh, ja abzugreifen. Genau, und da sage ich, da brauche ich eine Lageeinschätzung. Und ich kann ja nicht aus dem, ich, da bin ich doch dabei, ich bin doch bei dir an dieser Stelle. Deshalb habe ich ja gesagt, Oma Erna wird keine Drogen verkaufen. Aber dann muss ich doch, dann kann ich doch nicht sagen, alle, ich kontrolliere alle Schwarzen, weil die, äh, letztendlich dort Drogen verticken könnten, weil mein Bauchgefühl das sagt. Sondern dann sage ich, naja, pass auf, ähm, wir hatten in letzter Zeit in Klientel von Personen mit dieser Herkunft, äh, so und so viel. Darunter waren dann vielleicht auch noch zwei Polen gewesen, die dort Drogen verkauft haben, aber hauptsächlich. Aber was erwartest du denn jetzt, wenn du, wenn du schon sagst, wir können anhand der Anzeigen, die wir gefertigt haben oder anderer statistischer Werte oder auch aus Erfahrung, aus Erfahrungsgründen können wir, ähm, belegen beziehungsweise festmachen, dass ein bestimmtes, ein bestimmter Stereotyp, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, grund, oder nicht grundsätzlich, aber dass ein bestimmter Stereotyp statistisch oder wahrscheinlich, äh, ein höheres Potenzial hat, dass er einer dieser Dealer ist, weil wir das in der Vergangenheit festgestellt haben. Warum soll ich denn dann als Beispiel einen weißen Mitteleuropäer kontrollieren, wenn das überhaupt nicht meinem Täterprofil entspricht? Dann ist es doch klar, dass wenn ich jetzt, um das Beispiel aufzugreifen, wenn ich weiß, es ist ein Afghane, also, weiß ich nicht, maximal pigmentierter, um mal politisch korrekt zu sein. Colored People heißt das. Und das sind, ähm, äh, also, das, das ist ein, das ist ein farbiger, äh, ich weiß, dass das farbige Drogendealer sind und ich weiß, dass das, weiß ich nicht, Libanesen sind von mir aus, drauf geschissen, ob das jetzt stimmt oder nicht, aber wenn ich weiß, dass das meine zwei Täterprofile sind, dann fange ich nicht an, einen weißen Mitteleuropäer zu kontrollieren, nur um irgendwelchen Antidiskriminierungsgesetzen, ähm, weiß ich nicht, ihre, ihre, ihr Recht zu schulden, weil es keinen Sinn macht. Da vergeude ich meine Zeit mit, da vergeude ich vor allen Dingen Steuergelder mit, wenn man es ganz genau nimmt. Also versuche ich natürlich, die abzugreifen, wo ich sage, ey, die passen in meinen Täterprofilen. Jetzt kann man das als Social, äh, Social, äh, nee, als Racial Profiling bezeichnen oder aber einfach als Täterprofil. Es ändert nichts an der Tatsache, dass aus bestimmten Gründen, weil Statistik, weil Anzeigenaufnahme, weil Erfahrung der Polizei, die da schon die ganze Zeit unterwegs ist, sich einfach herauskristallisiert hat, dass in der Regel schwarze Leute dort Drogen verkaufen. Aber nichts anderes sage ich doch. Ich, aber ich kann nicht den Polizisten mit Bauchgefühl dorthin schicken und sagen, ja, den kontrolliere ich und den kontrolliere ich nicht, sondern da brauche ich vorher eben genau das, was du gesagt hast, in einer Verschriftlichung und dann ist aus meiner Sicht auch gut, also ich meine, wir sind ja nicht weit von dieser Argumentation entfernt, ähm, wir sind aber jetzt hier nur in einem Deliktfeld. Ich, ich, was, was ich halt schwierig finde, wenn ich mir angucke, polizeiliche Kriminalitätsstatistik, Körperverletzung, was ja auch ein Kriminalitätsphänomen ist, was ja die Polizei ebenso bekämpfen soll und ich da, ich, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt parallel, aber ich sage mal 70 Prozent deutsche Täter habe oder 60 Prozent deutsche Täter, dann müsste das doch im Umkehrschluss auch gelten, dass ich dann jeden Deutschen kontrolliere, weil der potenziell ein Täter, äh, sein kann für Körperverletzung und das finde ich, ist in dieser ganzen Diskussion, die sich, glaube ich, weit über dieses Thema Antidiskriminierungsgesetz hinauszieht, ähm, doch die, die Kernfrage, also was... Ja, das ist eine schöne Idee, aber den... Aber warum, warum machen wir das in dem Bereich? Ähm, den Gedankenfehler, den du dabei machst, auch wenn du jetzt gerade die polizeiliche Kriminalstatistik ansprichst, klar, die weist aus, dass gar nicht so viele Ausländer, um das mal daran festzumachen, ähm, Straftaten begehen, was aber die Kriminalität, äh, was, wo aber der Fehler in der Statistik liegt, weil es nicht erfasst wird, ist, was ist denn mit Leuten, die zwei Pässe haben? Es wird nicht aufgeführt. Das heißt, wenn ich per se, also mal davon ausgehend, jetzt von meiner Person, ich bin zum Beispiel, weiß nicht, Deutscher und Spanier, auch wenn ich nicht danach aussehe, ähm, und ich werde von der Polizei angehalten und ich halte in meinen deutschen Pass hin, dann nehmen die auf, dass ein Deutscher eine Straftat potenziell begangen hat, ob ich es getan habe oder nicht, ist ja jetzt unregel, äh, ist ja egal, aber dieser Fall geht, geht in die, äh, PKS ein, als ein Deutscher hat eine Straftat oder war, war Tatverdächtiger. Wenn ich aber theoretisch noch einen spanischen Pass habe und ich vielleicht auch noch ein spanisches Aussehen habe, dann geht das ja gar nicht in die Kriminalitätsstatistik ein. Es wird genauso wenig erfasst, ob ich rein, also, das klingt jetzt sehr rechts, auch wenn es nicht so gemeint ist, aber, äh, in die Statistik geht, aus der Statistik geht nicht hervor, ob ich ein, ob ich rein Deutscher bin oder ob ich eventuell noch einen zweiten Pass habe. Somit ist die Statistik in meinen Augen schon wieder verfälscht. Ob diese, mit Sicherheit sind es Daten, die besonders rechten Gruppen das Feuer noch anheizen würden, gebe ich ihr auch komplett recht, aber es ist trotzdem keine genaue Darstellung von dem Einsatzgeschehen der Polizei in Berlin. Damit hast du halt einfach das Problem, ja klar, sich hinzustellen und zu sagen, meine Erfahrung sagt, das ist ein Schwarzer, der hier Drogen vertickt, ich kontrolliere den, der sagt, äh, du kontrollierst nur Schwarze und mein Polizist sagt, ja, weil ich immer wieder beobachte, dass halt Schwarze hier Drogen ticken und wenn ich ihn um, wenn ich seine Identität feststelle, er mir aber nicht seinen, weiß ich nicht, seinen Kongo-Pass nicht zeigt, sondern er mir einen deutschen Pass gibt, weil er den hat, na, was soll ich denn dann machen? Dann kann ich selbst mit meinen statistischen Werten wirklich die Täter verfolgen, die auch wirklich die Täter sind, weil meine Statistik zumindest momentan mit PKS, das überhaupt gar nicht wieder her, gar nicht widerspiegelt. Und das ist doch das Problem. Also da muss ich mich doch auf irgendeinen Erfahrungswert oder irgendwas, was ich nicht unbedingt messen kann, beziehungsweise was ich nicht darstellen kann aktuell, muss ich mich doch auf irgendwas anderes verlassen. Und in dem Fall hast du das, hast du dann halt genau dieses Ding, dass wenn ich sage, okay, äh, Görlitzer Park, was sind hier so unsere Stereotypen, die hier dealen? Naja, das ist ein Libanese, das ist ein Chinese, der hier seine Zigaretten verkauft oder auch von mir aus eine asiatisch aussehende Person und dazu auch noch Schwarze, die hier häufig antreffen. Naja, auf welcher Statistik willst du denn jetzt noch ausführen, dass das statistisch gesehen auch wirklich gerechtfertigt ist, was die machen? Deshalb sage ich ja, was schwierig ist, aber ich muss die Polizei letztendlich auch durch Ressourcen meiner Meinung nach ermächtigen, tatsächlich gezielt ermitteln zu können. Ich glaube, ja, natürlich ist das Bauchgefühl da. Aber ist es nicht eine gezielte Ermittlung, wenn drei Polizisten dastehen, die seit 20 Jahren nichts anderes machen als Görlitzer Park, ist jetzt übertrieben, aber wenn ich da drei Polizisten stehen habe, die seit 30 Jahren Görlitzer Park machen und ich frage die, ey Jungs, wir machen heute mal Kontrolle von Drogendealern, schaut mal nach. Naja, dann ist es doch, also dann ermittelt es doch. Nee, ist es nicht, weil die Ermittlung ist ja nicht die Kontrolle, sondern die Ermittlung ist zu sagen, ich richte zielgesetzt an ein Subjekt, richte ich meine Maßnahmen aus. Ich weiß nicht, ob ich mich da richtig ausdrücken kann. Ich meine, ich möchte doch auch nicht, dass die Polizei bei mir an der Tür klingelt und mir die Frage stellt, sie haben Internetanschluss? Ja. Sie sind Single? Ja. Sie sind männlich? Ja. Sie sind um die 30? Ja. Oh, wir beschlagnahmen mal ihren PC, weil sie zumindest laut unserer Statistik und unserer Erfahrungswerte in das Tatmusters jemandem reinpassen, der Kinderpornos, und Deutscher vielleicht auch noch, der Kinderpornos auf seinem Laptop hat. Wir beschlagnahmen einfach mal ihren PC und ich glaube, diese ganze, diese ganze Thematik, ich bin, Bauchgefühl, Ermittlungserfahrung oder ähnliches, wird, glaube ich, zumindest für mich genau an diesen Beispielen, wird das einfach obsolet, weil ich glaube, wenn jeder von uns in dieser Situation selber drin ist, dass die Polizei klingelt, weil du als Deutscher diesmal vielleicht irgendwie in das Profil irgendeiner anderen Straftat reinfällst. Ich weiß nicht, ob wir das so gut fänden würden an dieser Stelle oder nicht auch danach rufen würden und sagen würden, ja nur, gut, ich passe vielleicht in ihre Statistik rein, das mag ich an dieser Stelle vielleicht mal annehmen, aber welche Beweise haben sie denn gegen mich? Also auf welcher Basis führen sie das denn durch? Und da würden wir jetzt, glaube ich, keiner von uns damit zufrieden geben, wenn wir sagen, naja, das ist Erfahrung. Da sind wir, glaube ich, ganz, ganz stark in dem US-amerikanischen Bereich, wo es ja letztendlich viele dieser Sachen, die in den letzten Wochen passiert sind oder grundsätzlich seit Jahren passieren, genau diese Argumentation treffen. Also ich glaube nicht, dass das so laufen würde, einfach mit dem Hintergrund, dass man in meinen Augen zwischen einem Bauchgefühl und einer Erfahrung, einer dienstlichen Erfahrung unterscheiden muss. Das ist ähnlich wie bei uns. Du gehst ja auch nicht, weiß ich nicht, zum Beispiel in den Laden rein und denkst dir, okay, hier ist sowieso alles scheiße, per se machen wir jetzt hier sicherheitstechnisch alles neu und alles von Anfang mit sofort neuem Dienstleister, sondern du gehst aus Erfahrung heraus ja auch in den Laden rein, guckst dir an, was quasi der Ist-Bestand ist, lässt dir Informationen dazu geben und sagst, alles klar, mit meiner Erfahrung kann ich abschätzen, dass das und das hängen bleiben kann. Das müssen wir leicht anpassen und ansonsten sind wir hier tippitoppi aufgestellt. Ich glaube da, also, weißt du, du, in meinen Augen ist zumindest in solchen Fällen und auch bei uns als Beispiel, für mich ist Bauchgefühl nicht gleich Erfahrung, sondern wenn ich halt, also wenn ich bestimmte, wenn ich bestimmte Erfahrungen, bestimmte Eindrücke, bestimmte Ereignisse mitgemacht habe, prägen die ja in gewisser Weise meinen Horizont oder auch meine Denkweise. Im Endeffekt, ich weiß nicht, ob du das auch machst, aber wenn ich auf ein Veranstaltungsgelände gehe, also zum Beispiel hier O2 Arena ehemals, das Erste, was ich mache, ist, wo sind die Notausgänge, wo sind die Löschmittel, wo hängen Kameras? Nicht, weil ich Angst davor habe, irgendwie, dass mir was passiert oder ich mich besonders sicher fühlen will, sondern einfach aus der Erfahrung oder aus dem Trott heraus, du kümmerst dich sowieso immer um so eine Scheiße, guckst dir das mal an, wie das hier ist. Also, du schaffst quasi einen neuen Erfahrungswert, um damit dann arbeiten zu können und ich finde, das ist bei der Polizei hier das Gleiche. Also, ich glaube nicht, dass ein Polizist auf die Idee kommt von mir, ey, da hinten läuft ein Schwarzer, den kontrollieren wir jetzt mal, weil meine Nase juckt gerade und immer wenn meine Nase juckt, kriege ich einen Dealer. Du, ich will ja jetzt hier auch gar nicht, und das soll auch an dieser Stelle gar nicht rüberkommen, auch wenn ich da oft genug bezeichnet wurde, wobei ich echt froh bin, es gab letzte Woche eine Pressemeldung, dass man auch derjenigen Gewerkschaft, die das zugelassen hat und mir übrigens immer noch nicht geantwortet hat darauf, dass ich ihr Sammelbecken von Antidemokraten unter ihrem Post, was ich, glaube ich, vor zwei Wochen in der vorletzten Folge mal erwähnt hatte oder mal stärker dargestellt hatte, dass da einige Vorstandsmitglieder dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden, was ich übrigens extrem beängstigend finde. Aber jemand hat behauptet, dass deine Seite oder dein Kommentar ein Sammelbecken für... Nein, 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 wir hatten doch darüber gesprochen, dass ich doch vor allem im Hintergrund dieses randalierenden Mobs und man müsste die Dinken doch einfach weg und das war eine... Ach, das Ding, das Ding. Genau, und da hatte ich ja dann dieser entsprechenden Gewerkschaft auch geschrieben, dass ich es sehr beängstigend finde, sogar mehrfach, dass das ein Sammelbecken ist und dass ich mich dort auch persönlich beleidigt und angegriffen fühle und dass ich doch da eine gewisse Verantwortung des Erstellers gebe und da gab es letzte Woche ein, ich glaube, es war sogar eine kleine Anfrage, die diese Personen auch im rechten Milieu zumindest verorten. Jetzt war gerade, glaube ich, mein Mikro weg gewesen oder nicht? Ich weiß es nicht. Nein, nein, ich habe dich gehört. Aber du, ich bin doch bei dir, um mal jetzt nicht nur die ganze antifaschistische Seite hier auszuleben, sondern auch da das Positive rauszuziehen. Wir brauchen doch, und das ist ja so ein bisschen auch dieser Kern der Diskussion, ich bin sehr sehr froh, dass du nicht wie viele andere vielleicht, die in dieser Diskussion beigewohnt haben in den letzten Wochen, dann sagst, ja, du bist ja Antipolizei. Also ich glaube, man kann für die Polizei sein, für eine starke Polizei, aber dennoch bestimmte Aspekte kritisieren. Ich bin ja auch dafür, weil letztendlich, du hast es ja gerade eben beschrieben, wir machen das doch auch nicht anders. Wir gehen von unserem Bauchgefühl aus und die Wissenschaftlichkeit, die wir in vielen Themen haben und da muss man ja nur über subjektive Sicherheit sprechen, wenn die anders ist als objektive Sicherheit, dann machen wir ja trotzdem in unseren Bereichen etwas. Da kommen wir ja nicht um die Ecke und fangen dann an zu diskutieren und zu sagen, das ist rausgeschmissenes Geld, weil du dich jetzt hier unwohl fühlst und die objektiven Zahlen das nicht wiedergeben. Also da bin ich ja bei dir. Die Frage ist ja nur, inwieweit… Nochmal ganz kurz. Ich gehe, wenn ich irgendwo hingehe und mir irgendwas dienstlich angucke, nicht von meinem Bauchgefühl aus, sondern von Erfahrung. Von deiner Erfahrung, ja, ja. Die ich in meinem Dienstzeit bisher gemacht habe. Genau. Und die Frage ist ja, wovon, und das wäre noch so ein letzter Punkt, ich weiß, wir werden heute wieder knallhart überziehen, aber den würde ich tatsächlich nochmal gerne mit dir diskutieren. Die Basis ist ja, oder die Fragestellung, die wir hatten, ist ja die Frage danach, eine Erfahrung wird ja auch immer gespeist. Eine Erfahrung wird von vergangenen Ereignissen gespeist, die wird aber auch von politischen Aktionen, von politischen Meinungen, bin ich gehört, stehen meine Chefs hinter mir, sind vielleicht andere mir positiver gesonnen. Also das fließt ja alles auch letztendlich irgendwo in eine Erfahrung rein, die sich auch dienstlich zieht. Die Frage ist halt an dieser Stelle, und das ist sicherlich auch ein Thema, womit ich vielleicht den einen oder anderen Zuhörer aber auch nerve, aber die Frage ist doch, wir haben in den letzten 24 Monaten so viele Ereignisse gehabt, wo aus der Polizei heraus Netzwerke publik wurden, wie Nordkreuz, wo SEK-Beamte mit involviert waren, die dann auch Munition abgezweigt haben und praktisch sich auf einen Tag X vorbereitet und da schwirrt ja immer noch diese Thematik Todeslisten von Politikern mit rum. Wir hatten die Frage nach dem NSU, wo bis heute nicht geklärt ist und vermutlich nie geklärt wird, inwieweit die Sicherheitsbehörden dort Kenntnis hatten bzw. die Morde hätten verhindern können. Der Generalstaatsanwalt hat jetzt den Anschlag des Rechtsextremisten auf dem Oktoberfest in, ich glaube das waren die 80er Jahre, jetzt eingestellt, obwohl die Ermittlungen noch offen sind, wie viel wusste die Polizei dort. Wir haben NSU 2.0, wo aus dem Frankfurter Polizeirevier heraus Drohfaxe an eine NSU-Anwältin geschickt wurden, mutmaßlich von Polizisten, wobei bei dieser Ermittlung auch ein rechtsextremes Netz eine rechtsextreme WhatsApp-Gruppe geöffnet wurde, festgestellt wurde, wo eben auch solche Sachen publik wurden. Wir hatten jetzt die Gruppe S in NRW letztes Jahr, wo Polizeibeamte tatsächlich ja auch im rechtsextremen Milieu unterwegs waren und sich auch dort auf den Tag X vorbereitet haben. Wir haben in Sachsen Polizeischüler, die suspendiert wurden und letztendlich auch rausgeschmissen wurden, die in ihrer Freizeit den Hitlergruß zeigen und rechtsextremistische Musik hören. Also das alles sind ja für mich zumindestens, weshalb ich auch so sensibel mit diesem Thema umgehe, weil ich mich schon frage, welche Einstellung, welche Motivation gibt es in Teilen der Polizei und ich will auch gar nicht sagen, diese Motivation betrifft alle Polizeibeamte, um Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, aber wir hatten die Diskussion auch gehabt im Rahmen der Migrationskrise, wo auch die Frage gestellt wurde, naja, wie viele Polizeibeamte wählen denn die AfD, die vielleicht sich in vielen Bereichen auch antidemokratisch verhält und zumindest im Land Brandenburg jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und das ist ja ein ganz, ganz großes Fragezeichen und wenn dann ein Horst Seehofer als oberster Polizeichef eine von der EU angeratene Studie zu Racial Profiling innerhalb der Polizei in Deutschland untersagt, mit der Begründung, naja, Racial Profiling ist per Gesetz verboten, also findet das in der Polizei nicht statt und das Rest ist maximal Ausnahmen und der Bund deutscher Polizeibeamte, nee, der Bund deutscher Kriminalbeamte, Entschuldigung, der Bund deutscher Kriminalbeamte sich Kopfschild hinstellt und sagt, also Horst Seehofer ist so fern jeglicher Realität, dann will ich gar nicht jedem irgendwie ein, ein, irgendetwas vorwerfen, unterstellen, ähnliches, aber auf da, ich weiß nicht auf welcher, vielleicht verstehst du das und kannst vielleicht auch gegen argumentieren, ich hoffe, wir wollen ja auch ein bisschen hier in den Diskurs gehen, ich kann nicht zu 100 Prozent wissen oder auch nachvollziehen, ob die Erfahrung wirklich, die ein Polizist für eine Maßnahme plant, vor allem, ich sag mal gegen Ausländer in Anführungsstriche, ob das wirklich frei, demokratisch, Basis seiner Erfahrung von Ermittlungen oder von Statistiken oder ähnlichem ist oder ob nicht tatsächlich im Rahmen dieser ganzen Themen, die da aufgeploppt sind, vielleicht auch andere politische Motivationen drin sind und ich glaube, das ist ja eigentlich das ganz große Ziel des schlecht gemachten Landes-Antidiskriminierungsgesetzes von Berlin. Du, ich sehe das genauso wie du, also dass sich ein Bundesminister hinstellt und sagt, Racial Profiling ist per se verboten, deswegen gibt es das bei uns auch nicht und damit quasi den Weg verhindert, wirklich einfach mal wissenschaftlich nachzuprüfen, die Polizei oder von mir aus auch Bundeswehr, da haben wir ja genauso Fälle gehabt, wie es da bestellt ist, finde ich genauso schlimm wie du. Vor allem das Ergebnis könnte ja auch sein, in der Polizei gibt es das nicht und dann hat er, dann haben wir es schwarz auf weiß in dieser Studie und dann wären wir wirklich völlig weg von dieser Diskussion. Ja, ich glaube, also meine Einschätzung, meine persönliche Einschätzung ist, dass du solche Tätergruppen oder solche Gruppen sowohl in der Polizei als auch in der Bundeswehr hast, ganz klar. Also das haben in meinen Augen die letzten Enthüllungen auch gezeigt, dass es da solche Tendenzen und von mir aus, also nicht nur Tendenzen, sondern mit Sicherheit auch feste Gruppen gibt, die, ich sage mal, für einen Staatsdiener in meinen Augen falsche, ja, falsche Gedanken beziehungsweise eine falsche Richtung eingeschlagen haben. Ich gehe fest davon aus, dass es die gibt. Jetzt kann man scherzhaft sagen, ist ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Ich glaube aber eher, dass man mit dieser Studie feststellen müsste, ob das jetzt der Fall ist, ja oder nein. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, ja, das ist der Fall, wir haben rechte Probleme in Polizei, in, weiß ich nicht, Feuerwehr, Bundeswehr, wem auch immer, dass man dann halt auch erörtern müsste, okay, warum habe ich denn diese Probleme? Also es ist ja nicht so, oder ich gehe stark davon aus, oder meine Intention ist, du kommst ja nicht auf die Welt, wirst rechts erzogen, denkst du, geil, ich gehe zu der Polizei, weil dann kriege ich eine Knüfte. Da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Pfosten, die das genauso sich vorstellen und auch dann genauso handhaben. Aber ich glaube nicht, dass der Großteil der Personen, die jetzt da, ich sage mal, unter Verdacht stehen würden, so quasi dahin gekommen sind, sondern ich glaube, das ist schon in gewisser Art und Weise ein Entwicklungsprozess und das bedeutet ja eigentlich immer in der Regel, dass irgendwas von dem laufenden System Personen, ich sage mal, so enttäuscht oder ja so frustriert, dass sie ihre Meinung in irgendeine Richtung ändern. Also es kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, da müsste man dann halt den Fokus drauf legen. Wie gesagt, ich sage nicht, dass die Polizei komplett rechtschaffend ist. Es gibt überall schwarze Schafe, auch bei denen. Ich finde es auch gut, dass das entdeckt wird, beziehungsweise auch aufgedeckt wird und dass man in meinen Augen noch zu wenig dagegen tut, weil gerade bei Polizei in meinen Augen das überhaupt nicht dahin passt, dass ich Leute habe, die rechtsextrem sind oder die von mir aus rechts eingestellt sind, wie auch immer. Jeder darf seine Meinung haben, aber als Staatsdiener muss ich nun mal einfach in einer gewissen Richtung folgen und da kann es nicht sein, dass sie sich hinstellen und am besten auch Staatszersetzen sind. Das funktioniert in meinen Augen nicht. Da müsste man auf jeden Fall was machen. Und ich finde auch, dass Horst Seehofer da definitiv den falschen Weg geht und sagt, nee, wir machen so eine Studie nicht. Mit Sicherheit nicht. Also klar, offiziell sagt er, weil es ein Gesetz gibt, dass es verbietet. Das heißt, das ist nicht unser Problem. Ich glaube aber viel eher, dass er einfach die große Angst hat, dass in dieser Studie rauskommen wird, dass es rechte Tendenzen oder rechte Gruppen in verschiedenen Staatsbehörden oder in verschiedenen Behörden gibt und dass er dann einfach ein großes Problem hat. Und das will er halt nicht wahrhaben. Von daher, ja, wie gesagt, ich bin dafür. Lasst uns diese Studie machen. Alle über einen Kamm scheren hatten wir schon. Ist halt nicht der richtige Weg. Nee, bin ich ja auch nicht dafür. Nee, nee, war jetzt auch so nicht gemeint. Und man müsste, wie gesagt, in meinen Augen dann aber halt auch einfach erörtern, wo kommt dieses Problem her? Was ist die Ursache? Weil nur die Symptome bekämpfen, wie in der Medizin, bringt mir halt nichts, wenn ich nicht weiß, was die Krankheit verursacht. Und ich glaube, das müsste man dann halt nachgelagert anschließen. Und ich glaube, das wird ziemlich wenig gemacht, dass man wirklich sich mal vernünftig damit beschäftigt. Okay, auch bei der Bundeswehr jetzt. Ja, wir wollen den Fall aufarbeiten. Wie konnte es sein, dass der durchgerutscht ist? Ja, mag ja sein, dass der diese Tendenzen vorher schon hat oder dieses Gedankengut. Was machen wir denn aber mit Leuten, die sich innerhalb der Bundeswehr radikalisiert haben aufgrund irgendwelcher Missstände, aufgrund irgendwelcher, weiß ich nicht, falschen Dienstverschriften oder was auch immer. Also diese Ursachenforschung wird in meinen Augen zu wenig betrieben, um diesem Problem Herr zu werden. Finde ich sehr, sehr schade. Könnte im Hinblick auf die Zeit unser Fazit hier raus aus dieser Diskussion sein, dass wir sagen, auch hinsichtlich des Antidiskriminierungsgesetzes oder der anderen Bestrebungen, die gerade durchgeführt werden, dass wir erst die Schuhe angezogen haben und dann die Hose, dass wir heute eigentlich gar nicht wissen, einfach weil es keine Studien gibt. Wir könnten jetzt nochmal ausführen, dass nach 70 Jahren jetzt im letzten Jahr das erste Mal an der Uni Bochum, glaube ich, eine Studie in Auftrag gegeben wurde zu Polizeigewalt in Deutschland, weil man auch dieses Thema ja 70 Jahre lang nicht angefasst hat. Also könnte jetzt unser Fazit für heute sein, dass wir sagen, wir haben jetzt erst die Schuhe angezogen, weil wie du sagst, wir jetzt Symptome bekämpfen, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, existieren die überhaupt? Gibt es die überhaupt innerhalb der Polizei? Und dass man vielleicht sinnvollerweise hätte rangehen können und sagen sollen, okay, wir schauen uns erstmal an, welche Tendenzen haben wir wissenschaftlich extern unabhängig. Das wäre ja auch noch ein Punkt, aber dieses Fass will ich ja gar nicht aufmachen. Was passiert denn eigentlich, wenn die Polizei gegen die Polizei ermittelt? Ist da nichts viel sinnvoller, einen Polizeibeauftragten zu haben, der unabhängig von sämtlichen Abhängigkeitsverhältnissen, auch Staatsanwaltschaft und Polizei sind ja in gewisser Form abhängig. Aber das Fass will ich heute Abend gar nicht mehr aufmachen, aber dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, auch für den Berliner Weg zu sagen, okay, jetzt gucken wir doch erstmal, ob wir ein Problem haben, entwickeln daraus Maßnahmen, dass wir letztendlich im PDCA-Zyklus, ist ja der Klassiker, dass ich auch regelmäßig überprüfe, anhand von bestimmten Mechanismen, Radikalisierungstendenzen, Hinweismanagement etc., dass ich gucke, selbst wenn ich jetzt kein Problem habe, dass ich das auch in der Zukunft nicht bekomme und erst wenn ich ein Problem hätte, dass ich dann vielleicht eine bessere Rechtsgrundlage, Gesetze geschaffen hätte, die das alles verhindern sollen? Würde ich dir durchaus zustimmen, ja. Also das Problem wird mit Sicherheit nicht von Anfang an so gewesen sein, dass wir erst Schuhe und dann Hose angezogen haben, aber das ist halt wie so oft, wenn man bestimmte Missstände einfach eine Zeit lang nicht beobachtet, dann verselbstständigen die sich. Und ja, ich würde dir durchaus zustimmen, dass man da einfach lange Zeit weggeguckt hat und jetzt einfach vor einem massiven Problem steht. Würde ich dir zustimmen. Sehr schön, dann war es das. Und bevor wir jetzt Feierabend machen, noch die schnelle Anekdote, die ich vorhin schon versprochen hatte. Geht relativ schnell und soll euch nicht verärgern, sondern in erster Linie euch nochmal, ich sag mal, ein Lachen über die deutsche Bürokratie auf die Lippen zaubern. Und zwar, meine Schwester besitzt drei wundervolle Töchter. Zwei davon sind noch sehr, sehr jung. Also die sind, ich sag mal, Kleinkindalter, die müssen von den Eltern betreut werden. Das ist wichtig zu wissen. Meine Schwester ist aktuell auch mit dem vierten Kind schwanger. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen für die Story. Jetzt hatte meine Schwester vor, eigentlich in den Urlaub zu fahren. Und jetzt hatte ich ihr dann, ja, wie es unter Geschwistern so ist, ihr geschrieben, schönen Urlaub, fahrt vorsichtig, pipapo. Kam von ihr eine Sprachnachricht zurück mit, nein, ich fahre nicht in den Urlaub. Ich bin momentan in meinem Garten. Der ist ein bisschen außerhalb von Berlin. Und ich muss jetzt zurück nach Berlin fahren, denn das Gesundheitsamt hat mich angerufen. Es gibt einen Verdachtsfall in der Kita meiner zwei jüngsten Kinder. Ein Corona-Verdachtsfall. Und die beiden kleinen Kinder stehen jetzt unter Quarantäne und müssen zu einem Corona-Test. Der erste Witz an der Sache ist, die beiden kleinen Kinder, die unter fünf Jahre sind, stehen unter Quarantäne. Der Rest der Familie, der zu Hause wohnt, also Mutter, Vater und quasi dritte Tochter, stehen nicht unter Quarantäne. Das ist der erste Witz. So, meine Schwester war dann heute bei dem, beziehungsweise meine Frage war dann, aha, warum nur die, warum nicht die ganze Familie? Ja, ist so nicht vorgesehen. Meine Schwester hat dann auch gefragt, naja, wie stellen Sie sich das denn vor, dass die jetzt unter Quarantäne stehen und wir nicht? Also auch so wegen Testen. Hieß es, naja, sie sind ja kein Verdachtsfall, deswegen werden auch nur die zwei Kinder getestet. Wo meine Schwester schon meinte, aha, ist ja interessant, das sind meine zwei Töchter. Ich lebe in einem Haushalt mit denen, das macht keinen Sinn. Woraufhin man ihr vom Amt wohl sagte, naja, halten sie halt anderthalb Meter Abstand zu ihren Kindern, dann ist das alles schon nicht so schlimm. Wo ich mir denke, klar, ein Kind, das teilweise noch nicht mal selbst vollständig laufen kann, das du also teilweise tragen musst und damit in deinem Gesicht hängt, um das mal so zu überspitzen, zudem hältst du mal 1,50 Meter Abstand und das Kind wird sich schon selbst versorgen. So, meine Schwester war dann heute beim Amt, um diesen Test durchzuführen, nachdem sie wieder nach Berlin gefahren ist und die Dame vom Amt sagte ihr dann, als sie auftauchte, ach so, sie waren gar nicht in Berlin. Na ja, warum haben sie den Test denn nicht da gemacht, wo sie sowieso schon waren, als wir sie angerufen haben? Wäre ja für ihre Kinder auch viel besser gewesen, die hätten ja da an der frischen Luft sein können, jetzt müssen sie in einer stägigen Wohnung sitzen. Wo meine Schwester schon meinte, das ist doch nicht euer Scheißernst, dass ihr es innerhalb der Behörde nicht hinbekommt, festzustellen, ob ich in Berlin zum Test muss oder woanders zum Test fahren kann. Das war Punkt 1. Test. Fest steht jetzt, also der Test wurde jetzt gemacht, das Testergebnis wird frühestens Freitag zur Verfügung stehen. Bis dahin haben die beiden Kinder Quarantäne Vorschrift durch die Behörde, die anderen nicht. Und wie das ja in Berlin so ist, um zu kontrollieren, ob die Quarantäne auch durchgeführt wird, gibt es sogenannte Nachverfolgungsanrufe durch das Gesundheitsamt. Meine Schwester hatte heute um 10.15 Uhr den Corona-Test-Termin und um 10.20 Uhr kam der Nachverfolgungsanruf des Gesundheitsamts, um festzustellen, ob die Quarantäne eingehalten wird. Da kann man jetzt drüber lachen oder man stellt sich echt die Frage, was bei den Leuten da verkehrt läuft. Und ich habe zu meiner Schwester gesagt, weil wie gesagt, sie wird nicht getestet, ihr Mann wird nicht getestet und das dritte Kind wird nicht getestet, obwohl die alle in einer häuslichen Gemeinschaft leben, habe ich für mich festgestellt, dass wir mit dieser Art und Weise das Coronavirus niemals eingedämmt bekommen. Es kann ja nicht sein, dass wenn du einen Verdachtsfall innerhalb der Familie hast, nicht mal die nächsten Angehörigen, also die, die in einem Haus zusammenwohnen, mitgetestet werden, weil die sind ja jetzt nach behördlichem Verständnis keine Risikofälle, sind also auch nicht unter Quarantäne. Und damit können sie das Virus potenziell ja überall hin weiter verbreiten, weil sie sich ja an nichts halten müssen, bis auf die normalen Abstandsregeln, sage ich jetzt mal. Das heißt, es ist ja, du hast jetzt in einem Haushalt mit insgesamt fünf Personen, zwei, die nicht mehr raus dürfen und drei potenzielle Träger, die das überall hin streuen. Bei einer Reproduktionsrate von keine Ahnung 0,6 oder 1 von mir aus, kannst du dir jetzt mal überlegen, wie schnell die Scheiße in der halben Stadt verbreitet wird, weil das Gesundheitsamt sagt, die wohnen in einem Haus oder in einer Wohnung, nee, die müssen nicht getestet werden, die sind ja kein Verdachtsfall. Und vor allem, wer da nicht mitdenkt, sondern das einfach dann sagt, jo, ist in Ordnung so, der hat dann die Arschkarte für alle gezogen. Genau, also fand ich sehr witzig. Ich bin mal gespannt, was die weitere Erzählung da so bringen wird. Von der Theorie her, also es steht auch noch nicht mal fest, ab welchem Zeitpunkt man dann die Kontaktrückverfolgung macht, ob das jetzt quasi mit dem Anruf des Gesundheitsamtes war, was gestern war, also 7.7. oder ob man sagt, naja, Kita war am 1.7. als Beispiel. Wir machen die Kontaktrückverfolgung ab dem 1.7., was ja schon relativ schwer wird, weil erzähl du mir mal, mit wem du dich alles am, oder wo du überall am 2.7. warst. Corona-App. Ja, habe ich aber nicht. Bin ich noch nicht zugekommen, die zu installieren. Aber also trotzdem kann ich so per se nicht nachvollziehen erst mal, wo ich überall in den letzten sieben Tagen war, beziehungsweise ich werde mich mit Sicherheit nicht an jede Station erinnern und das macht es grundsätzlich ja schon sehr, sehr schwierig, finde ich. Von daher, das war quasi so eine lustige Anekdote, wie das Gesundheitsamt in Berlin arbeitet. Finde ich sehr schade. Ich hatte eigentlich erwartet, nach drei Monaten Corona-Pandemie wäre man da schon ein Stück weiter und hätte Prozesse vielleicht mal kritisch hinterfragt und überarbeitet. Offensichtlich macht man das nicht. Von daher, stellt euch darauf ein, wir tragen diese Masken noch eine Weile länger. Von daher bleibt mir an dieser Stelle auch tatsächlich nicht viel übrig, als euch zu wünschen, dass ihr gesund seid und bleibt, hoffentlich. Wenn nicht, habt ihr jetzt ganz, ganz, ganz viel Zeit, 14 Tage lang, alle unsere Podcast-Folgen, die ihr auf YouTube, Spotify, Apple Music, Google Podcast und sonstigen kleinen Nischenbereichen findet, anzuhören, lasst ein Kommentar da, lasst uns ein Like da, gebt uns einen Daumen hoch, folgt uns, wo immer man uns folgen kann und das letzte Wort gehört Raphael. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist wieder ein bisschen länger geworden, sorry. Hinterlasst uns in den Kommentaren, hört uns und vor allen Dingen schreibt uns, wenn ihr jetzt alle 14 Podcasts hört, gerne zu jedem Podcast eine... 14? Wir sind bei 22 plus, glaube ich, drei oder vier Sonderfolgen. Hast du nicht... Ach nee, du hast... 14 Tage. 14, Entschuldigung. 14 Tage, hört gerne unsere 22 Podcasts und schreibt uns zu jedem einen Kommentar, damit wir uns voller Vorfreude auf diese Kommentare stützen können. Ansonsten, einen schönen Tag, schönen Abend, schlaft gut oder habt ein schönes Wochenende, je nachdem, was auf euch zutrifft und dann hören wir uns in gut zwei Wochen wieder mit den nächsten Themen. Perfekt, mach's gut, bis dann, ciao, ciao.